ja gut also die aufnahme ist gestartet also wenn sie jetzt etwas reden dann wird es auch aufgezeichnet das machen wir mal hier gut also spss wir reden jetzt über die spss struktur also wie ist das programm aufgebaut und hier schon ein wichtiger hinweis wir haben drei fenster das ist das besondere wenn sie bei windows oder in windows und in excel arbeiten da haben sie einfach nur ein fenster dieses fenster wo sie dann keine ahnung die zellen sind in spsl in excel oder eben ihr dokument schreiben in word in spss ist es anders dort haben sie erstens das sogenannte datenfenster zweitens das sogenannte ausgabefenster und ausgabefenster oder ergebnis fenster und drittens haben sie das sogenannte syntax fenster das ist das besondere ich zeige es einmal wenn wir uns jetzt hier spss ansehen gestartet haben dann befinden wir uns im datenfenster startenfenster sozusagen die zentrale von spss in diesem datenfenster dort können wir jetzt wie bei excel auch unsere daten eintragen nur und darauf habe ich gerade ansprechen wo spss jetzt besser ist das ist dass wir nicht nur daten eintragen können sondern auch metadaten daten und metadaten was das ist zeige ich gleich abgebildet wird das hier durch die daten ansicht im datenfenster und der variablen ansicht im datenfenster heißt das datenfenster das unterteilen wir auch noch mal in daten und variablen ansicht um das mal ganz plastisch zu machen wir schauen jetzt mal hier in dieses datenfenster hinein hier sehen wir das ganze tabellarisch aufgebaut ist also tabellarisch bedeutet wir haben spalten da kommt gleich was rein und wir haben zeile da kommt gleich auch was rein in die spalten da kommen eigentlich immer so genannte merkmale von merkmals träger die wir beobachten das klingt alles jetzt sehr förmlich ich mache es mal an einem beispiel klar wir haben den merkmals träger fußballspielerinnen und dort an diesen merkmals träger oder merkmals trägerin dort können wir jetzt verschiedene merkmale beobachten diese beobachteten merkmale die speichern wir in spalten zum beispiel können wir in die spalte den namen speichern wir können in die nächste spalte das alter speichern in der dritten spalte die liga in die oder in der der die spieler spielt zeilenweise kommen dann jetzt die einzelnen merkmals träger hinein die wir tatsächlich beobachtet haben also in diesem falle sind es personen fußballspieler so ist spss beziehungsweise das datenfenster aufgebaut die datenansicht aufgebaut um das jetzt noch mal klar zu machen wechselt wenn ihr gerade da seid oder mir zuguckt ich wechsel jetzt in die variablen ansicht in der variablen an sich können wir jetzt eben definieren was wir beim merkmals träger beobachten wollen merkmals träger fußballspieler wenn ihr zu hause auch spss geöffnet hat könnt ihr das gerne mitmachen das wäre nämlich jetzt das schöne wenn wir uns gegenüber säßen dann könnte ich direkt könnt ihr mir direkt eben folgen weil ihr das vorne auf dem beamer sieht und dann am computer das nachmachen könnt aber ich hoffe es funktioniert also wir haben gesagt fußballspieler dort haben wir den namen wir haben die liga das alter und können wir noch haarfarbe größe also alles merkmale die wir bei einem merkmalsträger beobachten können und wenn ich jetzt zurückgehen datenansicht dann seht ihr dass eben spaltenweise diese variablen übernommen worden sind jetzt könnte ich für jeden fußballspieler für jede fußballspielerin die ich beobachte die erste der zweite der dritte die vierte und so weiter und so fort diese merkmale dort eintragen das geht übrigens auch für krankenhäuser also ich bin ich bin im bereich der krankenhausforschung tätig dort kann es auch sein dass der merkmals träger ein krankenhaus ist der merkmals träger kann ein patient sein der merkmals träger können organisationen sein der merkmals träger kann ein kunde eine kundin sein die einen kredit aufnehmen möchte ja also da ist eigentlich alles möglich was was man beobachten kann für einen biologen mag vielleicht eine pflanze oder ein lebewesen ein merkmals träger sein genau ich schaue mal gerade in den chat genau ich nehme es schon auf genau die aufzeichnung läuft und ein neustart das ist auch okay tut excel bei excel da können sie eigentlich nur die daten an sich machen beschreiben was wir jetzt gemacht haben in der variablen ansicht war die metadaten zu beschreiben also was beobachten wir wir haben ja noch gar keine daten die wir beobachtet haben tatsächlich eingegeben das heißt diese variablen ansicht dort geben sie die metadaten malen was sind metadaten metadaten sind daten die daten beschreiben also daten die daten beschreiben und bevor wir tatsächlich daten in spss eingeben jetzt noch einmal wie wir metadaten in spss definieren und das ist unfassbar wichtig vor allen dingen für diejenigen die mit leimungsverbindungen nachher umfragen erstellen in einer umfrage haben sie ein teilnehmer ein teilnehmende eine teilnehmerin und dort möchten sie auch gewisse merkmale erfahren also wenn sie irgendwas eine kundenanalyse machen und sie möchten wissen ja wie war er zufrieden mit dem kundenservice ist das ein merkt sie müssen dann als metadaten aber speichern wie messen sie denn die kundenzufriedenheit also zum beispiel messen sie das mit waren sie zufrieden ja nein also ein binäres ein zweischneidiges datenelement oder machen sie es vielleicht auf einer skala von 0 gar nicht zufrieden bis 10 super gut zufrieden und wie sie messen das definieren sie in den metadaten und jetzt mal ganz einfach wie messen wir wie messen wir den namen ja gut den namen messen wir können die numerisch ausdrücken können wir einen namen numerisch ausdrücken weil jetzt können wir die metadaten hier definieren über diese verschiedenen eigenschaften der metadaten einen namen definieren wir typischerweise eigentlich eher über eine zeichenfolge ja also hier sagen wir wenn wir den namen speichern dann als zeichenfolge was ist eine zeichenfolge irgendwelche buchstaben aneinander und hier sagen wir mit wie viel zeichen wir die den namen speichern acht zeichen wäre jetzt standard ich empfehle euch dass ihr hier genug platz lasst ihr wisst ja nicht wie lange so eine zeichenkette wird insbesondere wenn ihr freitextfragen stellt also geht ihr hier auf ok und habt ihr hier gleichzeitig die zeichenfolge definiert und die breite ihr könnt jetzt den namen in einer zeichenfolge speichern diese zeichenfolge kann man maximal 255 zeichen beinhalten eine zeichenfolge hat typischerweise kein diesmalzahlen zu den dezimalzahlen komme ich gleich und hier in der beschriftung dort schreibt ihr jetzt relativ ausführlich hin was sie eigentlich gemessen habt ja der name der variable das ist eher die kurzbezeichnung die beschriftung dort könnte jetzt in prose eigentlich reinschreiben was ihr gemessen hat also zum beispiel der name des fußballspielers in diesem falle nichts besonderes wäre aber zum beispiel besonders wenn ihr zum beispiel beschreiben wollt ob ihr ja auf einer in 10er schritten eine messung gemacht hat die gerade bei der kundenzufriedenheit von 0 bis 10 also 11 schritte oder von dichotom ja kunde zufrieden ist ja kunde zufrieden nein kurze zwischenfrage immer wenn ich etwas eingeben will dann kommt bei mir maximale anzahl der variablen ist überschritten was haben sie dann eingegeben ich wollte bei namen jetzt halt auch wie sie das gemacht haben ja ist natürlich ein bisschen bisschen schwierig von hier aber haben sie ja auch sicher zeichenfolge angeklickt und dann da so weit komme ich gar nicht weil immer wenn ich in ein feld rein klickt dann kommt maximale anzahl an variablen die beschritten als fehlermeldung ja ich überlege gerade ob ich das von hier so schnell lösen kann okay aber also nicht so wichtig weil es dann vielleicht später dann ja genau also wenn also ich kann es von hier jetzt direkt nicht sagen die fehlermeldung hatte ich jetzt auch selber persönlich noch nicht okay ja dann warte ich einfach ab vielleicht klärt es sich ja genau also wenn wir jetzt vor ort wären dann könnte ich an ihren computer kommen und mal nachgucken ja klar aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig naja okay versuchen wir einfach dran zu bleiben vielleicht löst es sich ja auch gleich ja okay wir haben den namen den kurznamen unserer variablen also das merken wir dass wir messen definiert wir haben den typ definiert also wir haben gesagt den namen den messen wir als zeichen folge okay diese zeichen folge nach 255 war ja zeichen enthalten die zumal stellen er übrigen sich und die beschriftung dort schreiben wir dann nochmal ausführlich rein was die beschrieben haben weil nämlich im namen da können da haben wir nur begrenzten platz zum beispiel im namen könnten wir auch keine lehrzeichen benutzen namen des wenn ich jetzt namen des mit dann wird er mir eine fehlermeldung angeben der name enthält und ein ungültiges zeichen deswegen also halten sie sich beim namen kurz kurz so knapp dass sie wissen was gemessen wurde in der beschriftung ein bisschen ausführlicher warum ausführlicher also diese dokumentation ist unheimlich wichtig weil immer zwei personen an so einem datensatz arbeiten das sind sie oder ihr im jetzt und heute und ihr in zwei wochen und glaubt mir ich habe schon viel mit spss gearbeitet manchmal weiß man wirklich nicht mehr was man da gelassen und dann ist es gut wenn der datensatz gut dokumentiert ist und man eine beschriftung hat die einem weitergeht und wenn ihr eine abschlussarbeit schreibt dann ist es auch immer gut im screenshots oder in einem elektronischen anhang unter berücksichtigung des datenschutzes euren spss datensatz anzuhängen weil dieser spss datensatz der weist nach wenn ihr es dann getan habt dass sie gut gearbeitet habt dass sie sorgfältig gearbeitet haben und dann macht es sich immer prima einen gut gepflegten spss datensatz vorzumachen deswegen immer gut dokumentieren werte komme ich gleich darauf zurück aber was werte wird nachher interessant beim numerischen daten wert fehlend ist ist ganz wichtig in sozialwissenschaften es kommt ganz ganz selten vor dass wir tatsächlich komplette datensätze haben und dort müssen wir dann sagen die definieren wir denn einen fehlenden datentyp das mag jetzt ein bisschen komisch sein aber vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört häufig wird es mit hohen negativen nummern repräsentiert also ihr sagt minus 999 repräsentiert jetzt einen fehlenden wert warum nimmt man hohe negative werte weil diese in den sozialwissenschaften eigentlich so gut wie gar nicht vorkommen vielleicht mal wenn man irgendwie mit mit finanzdaten arbeitet da mag es sinnvoll sein aber grundsätzlich würde ich euch empfehlen vor allen dingen die leute die mit leim zur wir arbeiten fehlende werte zu definieren in leim service schon dort gibt man dann auch meistens 900 999 jahren und kann dann eben hier das ganze definieren warum macht man das man könnte jetzt sagen macht doch lasst doch das feld einfach leer das könnt ihr machen das ist kein problem aber es könnte zu problemen führen so deklariert ihr ganz eindeutig zu dieser frage zu diesem merkmal konnte ich keine daten erheben wenn das feld leer bleibt dann könnte es möglicherweise bedeuten vielleicht hat der teilnehmende nicht geantwortet vielleicht habe ich vergessen das einzutragen also so macht ihr es explizit zu diesem werden habe ich keine daten also ich mache es immer minus 99 spalten das ist einfach die spalten breite also das hat ästhetische gründe dass das würde ich hier nicht näher diskutieren das führt zu weit genauso wie mit der ausrichtung und der rolle diese drei eigenschaften einer variable die könntet ihr erst mal so ein bisschen liegen lassen also erst mal was relevant ist ist das maß und dabei geht es um das so genannte skalenniveau das sie vielleicht aus dem statistikunterricht kennen also eine variable hat ein skalenniveau zugeordnet das skalenniveau das sagt ihnen was man tatsächlich mit dieser ja mit dieser variable rechnen kann ich würde mal gerne jetzt an dieser an dieser stelle fragen soll ich das variablen niveau noch mal wiederholen die die dafür sind bitte noch mal eine reaktion zeigen mit dem daumen nach oben 1 2 3 4 5 6 ok ich denke dann dann wiederholig noch mal kurz wir haben die ganze zeit über merkmale gesprochen die wir an merkmalsträgern beobachten können und diese merkmale speichern wir in der statistik in variablen haben wir gerade gesehen fußballspieler hat die variabel name liga alter größe und so weiter und so fort jede dieser variablen hat ein skalenniveau und es gibt im wesentlichen drei ich mache es mal übersichtlich im wesentlichen gibt es drei es gibt das sogenannte nominal skalenniveau es gibt das ordinal skalenniveau und es gibt das intervall skalenniveau und je nachdem welches skalenniveau eure variable erreicht kann dann dementsprechend eine berechnung stattfinden eine statistische berechnung das nume und das was man eigentlich haben will eigentlich immer in anführungsstrichen ist das intervall skalenniveau weil man damit am meisten rechnen kann aber nichtsdestotrotz haben nominal skalen und so weiter ihre komplette berechnung was ist jetzt nominal skalenniveau es geht so nominal und nominal skalenniveau dann kommt das ordinal skalenniveau und dann kommt das intervall das nominal skalenniveau sagt eigentlich nur aus dass sie zwischen den merkmalsträgern unterscheiden können ja sie können gruppen bilden gruppieren ist hier das stichwort beispiel einer nominal skalierten variable die haarfarbe eines menschen blond brünett rothaarig pink wie auch immer also sie können jetzt eigentlich anhand dieser variable nur unterscheidung machen sie können die merkmalsträger in gruppen einteilen anderes nominales merkmal wäre zum beispiel die automarke die ein autofahrer fährt vw audi mercedes bmw wir können einfach nur zuteilen wir können aber auf dem nominal skalenniveau noch nicht sagen das eine ist besser als das andere das passiert jetzt wenn wir einen schritt weiter gehen in das sogenannte ordinal skalenniveau ordinal skalenniveau ist genauso wie das nominal skalenniveau denn es gruppiert aber und jetzt kommt das entscheidende sie ordnen zusätzlich noch das heißt das ordinale kommt vom ordnen so lässt es sich vielleicht merken wenn wir jetzt gruppen haben zum beispiel die schulnoten dort kopieren wir die schüler schülerinnen auch ein gewisse gruppen in die sehr guten in die guten in die befriedigen und so weiter und so fort wir können die schüler unterscheiden gruppieren aber wir können sie noch hinsichtlich der schulleistung schulleistung ordnen jemand der eine sehr gute note geschrieben hat der hat eine bessere note geschrieben als jemand jemand mit einer sehr guten note hat eine bessere schulische leistung erbracht als jemand mit einer guten note jemand mit einer guten note hat eine bessere schulleistung gebracht als befriedigen und so weiter und so fort wir können die gruppen also in eine sinnvolle reihenfolge bringen in diesem beispiel hinsichtlich der schulleistung das können wir bei den automaten bei der haarfarbe eigentlich nicht was wir aber jetzt nicht sagen können um wie viel besser war denn der sehr gute schüler von dem guten schüler also die distanz zwischen gut und sehr gut und gut die kennen wir eigentlich nicht ja wir können ja nicht sagen der sehr gute schüler war doppelt so gut wie der gute schüler könnte man ja meinen weil eins ist halb so wenig wie die 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 note 2 ja also wir können im ordinal skalen niveau gruppen bilden ordnen aber wir können nichts über die unterschiede zwischen den gruppen sagen und das kann eigentlich nur das intervall skalen niveau das intervall skalen niveau lässt so aussagen zu wie jemand ist doppelt so groß doppelt so gut vielleicht geht es am einfachsten wenn wir über die körpergrünze sprechen bei der körpergröße können wir auch wieder hinsichtlich des merkmals körpergröße ordnen in eine reihenfolge bringen also jemand der ein meter groß ist vielleicht ein kind der ist kleiner als jemand der zwei meter groß ist das lässt sich sagen wir können jetzt aber auch noch informationen über den abstand zwischen diesen beiden gruppen zwischen diesen beiden werken denn jemand der zwei meter groß ist ist doppelt so groß wie jemand der ein meter ist also wir können jetzt diese relationen machen man nennt es auch also wir haben informationen über die abstände zwischen den gruppen die haben wir beim ordinal skalen niveau nicht und das nennt man dann auch equidistanz weil wir eben diese informationen haben und diese equidistanz vorliegen haben können wir jetzt mathematisch mit dem intervall skalen und deswegen will man eigentlich immer auf zum zum intervall skalen niveau hin was aber auch nicht funktioniert das war jetzt mal ganz 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 kurz ich hoffe das hat irgendwas gebracht und spss definiert nämlich auch die variablen hinsichtlich ihres skalen niveaus daten niveaus variablen niveaus sind alles synonyme und das definieren sie dann auch bei einer variablen ich gehe noch mal zurück zu spss wenn sie noch fragen haben unterbrechen sie mich jederzeit bei dem namen haben steht jetzt nominal skalen niveau nominal skalen über gruppieren ja wir können merktmalsträger hinsichtlich des namens gruppieren die drei heißen matz die fünf heißen lisa die vier heißen jens deswegen ist das ein nominal skalen niveau wir können aber in keiner weise irgendeine reihenfolge reihenfolge aus dem namen schließen erstellen ja also wir haben für den namen den kurz den variablen namen definiert den typ als zeichen folge wie viele zeichen darf er umfassen die zimalstellen haben sich erübrigt hier eine beschriftung werte war erst mal unerheblich fehlend haben wir auch definiert spalten ausrichtung rolle unerheblich aber maß das war dann noch mal am ende ganz interessant und wichtig spss schaut teilweise welches datenniveau sie definiert haben und versucht daran das richtige statistische werkzeug herauszusuchen ok mal ganz kurz weiter liga könnten wir jetzt da wir jetzt da kommen wir jetzt in die diskussion normalerweise könnten wir jetzt überlegen ja ist das jetzt numerisch oder zeichenfolge wir könnten jetzt schreiben bundesliga zweite bundesliga dritte liga könnten wir als zeichenfolge ausschreiben könnte man machen man könnte aber auch sagen warum nehmen wir nicht nur 123 erste liga steht für 1 zweite bundesliga steht für die 2 und die dritte liga für die 3 und die vierte liga und so weiter und so fort und hier ist spss auch wieder stark ich würde in solchen dingen wo wir so einen überschaubaren satz an an gruppen bilden können wenn wir vorschlagen ja definiert es numerisch also ihr habt einen numerischen wert dem ihr einem einem eine ausprägung zu ordnen ich mache es mal ganz deutlich wir lassen diesen typ auf numerisch eins zwei oder drei oder vier dezimalstellen brauchen wir erstmal nicht hier schreiben wir dann rein die liga in der der fußballspieler spielt ja fußballspieler habe ich jetzt mal abgekürzt und jetzt in diesen fällen wird nämlich die spalte werte interessant wir können nämlich jetzt sagen okay wofür steht die 1 die wir eintragen wofür steht die 2 vielleicht war ich hier gerade zu schnell die leute die gerade aber lehre mitmachen wenn ich in diese zelle klicke bei werte dann habe ich hier diese drei punkte das ist ganz häufig bei spss so dass ich irgendwo rein klicke und dann mit diesen drei punkten wird weiter angezeigt dass es noch weiter geht und jetzt kann ich hier in so einem kleinen vokabelheft kann man das nennen sagen der numerische wert was gepräsentiert er zum beispiel 1 steht für die bundesliga 2 steht für die zweite bundesliga 3 steht für die dritte bundesliga ja also wir haben hier eine übersetzung von numerischen wert zur zahlenfolge und das machen sie immer dann wenn sie so ein überschaubares set an möglichen ausprägungen haben ich überlege gerade wo es noch vorkommt sie könnten zum beispiel auf einer vierer skala fragen wie zufrieden sind sie 1 2 3 oder 4 1 repräsentiert sehr zufrieden 2 repräsentiert zufrieden 3 repräsentiert unzufrieden und 4 repräsentiert sehr unzufrieden schulnoten ähnliches beispiel habe ich ja gerade schon gesagt die 1 die note 1 repräsentiert eigentlich ein sehr gutes ergebnis die note 2 ein gutes ergebnis die note 3 ein befriedigendes ergebnis und so weiter und so also das ist ganz typisch vor allen dingen umfragen wenn sie so etwas den numerische werte zu nehmen die aber im eigentlichen sinne etwas inhaltliches ausdrücken sollen also die 1 repräsentiert die bundesliga ich denke das ist klar geworden eine frage die sie vielleicht jetzt und ich versuche das mal zu antizipieren was für fragen normalerweise kommt normalerweise kommt jetzt eine frage was mache ich denn wenn ich so nicht vielleicht kennen sie das mit die katz skala ist in der psychologie in der katz skala da da wird häufig nach zufriedenheit oder nach servicequalität oder so etwas gefragt man soll von 1 bis 7 beurteilen 1 komplett unzufrieden 7 komplett zufrieden in dem fall würde ich einfach sagen was der endpunkt 1 repräsentiert und der endpunkt 7 repräsentiert ich würde jetzt aber nicht anfangen zu sagen ein steht für sehr sehr zufrieden 2 steht für sehr zufrieden 3 also ich würde sagen wenn sie mehr als fünf kategorien sechs kategorien haben dann fangen sie nicht an das ganze noch mal hier zu definieren als daumen regel und theoretisch könnte ich auch noch weiter machen es könnte auch sein dass ein spieler eine spielerin in der regional liga spielt auch wieder fehlen minus 999 also ich würde euch empfehlen da tatsächlich einheitlich fehlende werte zu definieren fragt euch jetzt mal jeder selber was für ein datenniveau hat es also die liga es ist ein nominal skalenniveau und ordinal skalenniveau dann skalen ach das kann ich vielleicht auch noch erklären entschuldigung das war vielleicht auch uneindeutig nominal skalenniveau war klar ordinal skalenniveau war auch klar skala bedeutet hier bei spss das was ich gerade intervall skala genannt habe jetzt die frage an euch die jeder für sich beantworten kann die liga was was hat es für einen skalenniveau und wenn jemand sich beteiligen will an der diskussion darf auch gerne dazwischen quatschen ordinal ordinal genau also wenn ich jetzt punkte vergeben hätte jetzt 100 punkte dafür ganz genau magst du erklären warum ordinal ja weil ich ja schon orten kann quasi wie die liegen es gibt ja eine reihenfolge jetzt vom inhaltlichen her der liegen aber auf der anderen seite kann man ja jetzt keine abstände dazwischen festlegen genau und gruppieren kannst du auch das war das kleine was noch gefehlt hat genau die gruppieren die spieler hinsichtlich der liga wir können die liga auch hinsichtlich der spielstärke ordnen sortieren wir können aber keine inhaltlichen angaben machen über die abstände zwischen wir können nicht sagen dass eine mannschaft in der ersten liga spiel doppelt so stark ist in der zweiten also wir haben kaum informationen wenig informationen bis gar keine informationen wie der abstand zwischen den lieben ist genau ordinal skalenniveau deswegen gebe ich das hier auch so ein alter gehen wir ganz schnell durch alter ist zum beispiel auch immer ganz interessant vor allen dingen wenn ihr mit teilnehmenden zu tun habt umfragen da ist das alter sehr interessant ich gehe das mal ganz schnell durch ist ein numerischer datentyp es macht keinen sinn ein jahr zu schreiben zwei jahr zu schreiben wäre ja möglich macht aber keinen sinn weil ihr mit dem alter rechnen wollt die breite könnt ihr so lassen also es bedeutet jetzt dass dass ihr acht stellen zur verfügung habt für eine zahl das wären dann 999 also 990 millionen so alt kann niemand sein also wenn ihr jetzt überall in diese acht stellen neuen eintrag dann kommt über 99 millionen 999.999 aus was ich damit sagen will lasst es einfach auf acht damit habt ihr immer genug platz beim numerischen datentyp dezimalstellen wenn ihr das alter in jahren ist dann braucht ihr hier keine dezimalstellen dann schreibt ihr hier und das ist ganz besonders wichtig nach rein das alter des spielers oder das alter in jahren das könnte zum beispiel auch interessant sein wichtig ist dass sie hier in jahren hinschreiben für dieses beispiel mal möglicherweise hinfällig sein aber das kann ja interessant sein wenn ihr auf der pädiatrie ihr seid physiotherapeut oder gesundheitspfleger und auf der pädiatrie dort betrachtet jetzt kinder und da ist das alter in jahren vielleicht noch zu grob deswegen messt ihr da das alter im monat dann müsstet ihr es hier eben auch eintragen dann ihr es ganz genau dokumentiert habt wie habt ihr das alter erhoben werte würde würde ich nicht eintragen natürlich könnt ihr hier eintragen 1 steht für ein jahr zwei steht für zwei jahre zwei jahre und so weiter und so fort ihr bekommt richtig ihr wisst was ich meine zwei jahre und so weiter und so fort das macht keinen sinn auch da da haben wir wieder zu viele kategorien deswegen lassen uns einfach und lassen die zahl für sich selber sprechen fehlen auch hier wieder es kann niemand minus 999 jahre sein aber dieser wert wenn er dann vorkommt repräsentiert und es ist ein fehlender wert zu diesem teilnehmer teilnehmerin haben wir keine werte und ihr müsst dann auch keine angst haben dass wenn ihr zum beispiel mittelwert bilden wollt dass dann dieser dieser datentyp damit und mit rein fließt also diese daten werden von der analyse von sbs ausgeschlossen und das ganze und da gebe ich mal jetzt eben hier vor ist intervall skaliert oder hier mit skala verzeichnet ich mache es jetzt mal leise für mich versucht mal leise selber für euch noch mal wenn ihr gerade mitgemacht habt das parallel weiter auszufüllen vielleicht gibt es dann ja kommt es dann jetzt zu problemen die ihr habt ich warte zum mal eine minute dann fange ich an versucht mal parallel das ganze auszufüllen vielleicht lauft ihr in probleme und habe dann fragen dann stellt sie gerne ja wenn dann jemand jetzt eine frage hat auch gerne an mich also ich hätte so eine frage also es geht um berufserfahrung wenn ich berufserfahrung eintragen möchte und ich schaue das gerade wie du das bei alter gemacht hast und wie soll ich dann zum beispiel bei werte aufschreiben eins für fünf jahren weiß ich also da kann unterschiedliche unterschiedliche zahlen kommen zum beispiel einer arbeitet hat berufserfahrung schon zehn jahren jemand hat berufserfahrung acht jahren jemand anderes 15 jahren wie soll ich das bei werte eintragen okay gute frage ich fragte ich etwa wie würdest du wie würdest du es denn wie würdest du eine person fragen um das um die berufserfahrung zu ermitteln wie würdest du die person fragen also was würdest du um unten an die information zu kommen also zum beispiel die lange also wie lange bist du schon also wie lange bist du berufstätig okay gut und dann ist auch ganz wichtig dass du noch fragst in welcher einheit du das gerne hättest in jahren oder vielleicht auch in monaten ja genau im jahren in jahren okay und jetzt ist die frage wenn du den 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 befragten quasi alle optionen lässt er kann jetzt sagen ein jahr er kann jetzt sagen zehn jahre er kann sagen 20 jahre dann ist es ganz klar so wie das alter hier zu behandeln ja wenn du aber die möglichkeit zum beispiel in einem fragebogen gibst und das ist auch möglich du fragst dann wie viel berufserfahrung haben sie null bis fünf jahre sechs bis zehn jahre oder mehr als zehn jahre merkst du da kriegst du drei kategorien in diesem falle würdest du das kategorisch machen ich zeig es mal eben ich nenne es mal hier berufserfahrung wie lange der oder die spielerin schon fußball spiel berufserfahrung so jetzt kann ich es einmal jetzt kann ich nur mehrisch machen ich kann aber hier auch dann eintragen in drei kategorien 0 in drei kategorien und dann kann ich hier in die werte schreiben okay der erste 0 bis fünf jahre hinzufügen 26 bis zehn jahre 3 über zehn jahren so ich lasse es einmal hier auf also wenn du so in kategorien denkst dann würde ich das so mit diesen werten beschriften okay wenn du aber in jahren fragt wo er null jahre ein jahr zwei jahre dann würde ich keine wertbeschriftung beantwortet das die frage ja wie soll ich das einfach so angeben wie soll ich das bewerten also wenn ich dann einfach so so die frage gestellt habe so wie es gerade gesagt haben dass einer jeder schreibt mir unterschiedliche werte wie soll ich dann das bearbeiten dann lässt diese werte komplett dann beschreibst du hier keine werte dann lässt du die zeit für sich selber sprechen also nicht das einfach so nur schriftlich beschreiben ja einfach nur hier einmal berufserfahrung in jahren zum beispiel und dann brauchst du hier bei den werten nichts angehen ich glaube es wird gleich klar wenn wir wenn wir wenn wir das noch mal wenn wir die daten tatsächlich eingeben ich hätte dazu noch eine anschlussfrage also ich werde betriebszugehörigkeit mit in meine umfrage aufnehmen zum beispiel und auch länge also dauer der aktuellen tätigkeit und auch das alter und bei allen dreien habe ich mir genau diese frage gestellt ob ich das in kategorien mache oder ob ich das als reine als freies feld quasi mit in den fragebogen aufnehme jetzt gerade wenn ich an das intervallskalen niveau denke ist es wahrscheinlich immer vorteilhafter wenn man das frei abfragt oder ganz genau also da gebe ich dir recht du kannst mehr mit den daten machen du kannst mittelwerte berechnen etc das fehlt ihr wenn du nach arbeiten ordinal skalen also wenn du kategorisch abfragt das fehlt ihr dann deswegen würde ich euch immer euch allen immer empfehlen wenn es möglich ist zu versuchen auf das nächst höhere skalenniveau zu kommen runter könnt ihr immer noch das zeige ich euch gleich wir sozusagen daten runterskalieren könnt ihr könntet ja nachher das kann spss auch als wenn du jetzt in dem konkreten fall gefragt hast beruf mit betriebszugehörigkeit im jahren und dann hast du da eben von den teilnehmern von 0 bis 20 jahren alles mit dabei dann kannst du nachher über dieses feld hier transformieren kannst du das nachher auch wieder in kategorien einordnen zum beispiel neue mitarbeiter die sind erst zwei jahre da dann mittlere mitarbeiter die sind von zwei bis zehn jahre da und dann die alten mitarbeiter ja das kannst du dann auch noch machen also deswegen für euch immer versuchen aufs intervall skalenniveau zu kommen das funktioniert nicht immer klar manchmal ist es auch eben besser direkt in kategorien abzufragen okay dankeschön ja gerne okay ich mache es mal ganz schnell eben hier zu ende damit das auch geklärt wird also beim alter jetzt müssen wir gucken wie die fenster zur seite haarfarbe würde ich jetzt typischerweise als zeichenfolge nehmen man kann da aber was ist jetzt was zeichenfolge ihr könnt natürlich aber auch so zeichenfolge die zum beispiel null die haarfarbe der spielers oder der spielerin dann würde die hier keine werte eintragen fehlend immer wenn ihr nicht wüsst welche haarfarbe der oder diejenige hat 9-999 und das ganze wäre dann auch nominalskalen habe ich ja gerade schon mal gesagt ihr könntet natürlich aber auch folgendermaßen vorgehen ihr könntet hier sagen nein das speichere ich numerisch also da gibt es kein richtig und kein falsch und sagt das speichere ich jetzt numerisch und sage und sage bei der wertbeschriftung wieder eins steht für blond zwei steht für dunkel drei steht für andere ja also diese beiden möglichkeiten habt ihr je nachdem wie ihr auch fragt wenn ihr so etwas macht wie ich jetzt hier gerade gemacht habe blond dunkel andere also dann solltet ihr immer so vorgehen dass alle möglichkeiten abgebildet werden ja also ohne andere macht es keinen sinn weil man ja auch eine andere haarfarbe haben kann oder gar keine haare ok was ich damit einfach nur ausdrücken wollte da gibt es manchmal auch kein richtig und kein quatsch ja einige wertbeschriftung werden verworfen gut also das was ich da gerade eingetragen habe wird verworfen und die größe das ist auch wieder so ein schönes beispiel jetzt haben wir die erste die erste variable größe vom numerischen typ also ich will die größe zum beispiel in zentimetern dann sollte ich das hier auch hinschreiben die körpergröße in zentimeter oder ihr könnt sie auch in meter messen wir messen mal meter weil dann haben wir gleich noch eine andere sache dann können wir nämlich hier nämlich auch noch mal bestimmen auf wie viele dezimalstellen genau wollen wir denn messen also wenn jemand 1 86 ist dann 1,86 zwei dezimalstellen gängig also die wenigsten werden ja bei mir will er keine dezimalstellen nehmen also jetzt würden wir sagen okay die körpergröße die würden wir in meter messen und immer mit zwei nachkommastellen 1,85 1,80 1,70 1,71 und so weiter und so fort werte würden wir hier wieder nicht definieren also immer wenn wir keine werte definieren steht die zahl so wie sie sie eintragen für sich fehlen sollten wir dennoch eintragen so minus gut das ist jetzt aber auch mittlerweile ein alter hut die berufserfahrung die lösche ich mal wieder raus hier ich zeige euch mal eben gehe hier auf die seite der zeile mit der rechten maustaste und sage hier einfach mal variabel damit haben wir jetzt eigentlich die metadaten also die daten die unsere daten beschreiben festgelegt und das können hier nicht nur fünf variablen sein das können auch mal 100 variablen sein und letztendlich wenn ihr mit line server arbeitet auch da daumen regeln es gibt ausnahmen ist eigentlich jede frage die ihr stellt und für die leute die mit line server arbeiten da auch noch mal der hinweis hier könnt ihr am besten immer die frage reinkopieren also die tatsächliche frage die ihr gestellt habt und teilweise macht line server das auch automatisch ok also wo waren wir im datenfenster in der variablen ansicht und haben dort die metadaten definiert gehen wir jetzt in die daten ansicht und geben mal daten ein daten ansicht wechseln und hier können wir jetzt unsere daten einfach eingeben zum beispiel geht ihr jetzt einfach mal zum bvb training und fragt wie ist ihr name marx hummels in welcher liga spielen sie liga 1 wie alt sind sie 31 glaube ich haarfarbe dunkel größe 1,90 jetzt müssen wir nur hier aufpassen jetzt haben wir hier 1,90 wir haben ja in meter gemessen also muss ich eigentlich 1,90 schreiben also 1,90 fragen wir den nächsten spieler marco reuss der spiel auch in der bundesliga der ist mittlerweile glaube ich auch 1,30 der hat helle haare und ist vielleicht ein bisschen kleiner ich weiß wie viel großer ist 1,80 sage ich jetzt mal und so würde der quasi spieler für spieler daten für daten eintragen und das ist für diejenigen relevant also habe ich auch schon bachelor arbeit master arbeit betreut die mit einem klemmbrett in die fußgängerzone gehen dort dann eben umfragen machen ob papier basiert und dann nachher nach hause kommen das ganze in spss eintragen ich selber habe das in meiner masterarbeit auch gemacht neben meiner bachelor arbeit ich bin physiotherapeut und ich habe damals in der praxis patienten behandelt und hatte neben mir so ein papier bogen und habe dann nachher abends die daten die ich erhoben habe die leute die mit leim server arbeiten brauchen das nicht die leute die vielleicht auch schon datensatz haben die sie von ihrem prof von ihrer professorin bekommen die haben daten also das ist eine möglichkeit des daten imports gibt es dazu fragen zu der dateneingabe ich habe kurz eine frage bei mir steht bei liga jetzt jeweils eine eins und nicht bundesliga gut da gibt es dieses schöne knöpfchen das ist dieses hier diese verzweigung wenn du da drauf drückst dann sollte es sich ändern okay danke ja und das ist auch manchmal ganz nützlich wenn ihr wirklich die daten für hand eintragt und ihr dann nicht mehr ganz genau weiß also bei erster liga zweiter liga und dritter liga da war das nicht klar aber manchmal hat man auch so numerische ausdrücke für inhaltliche dinge wo man nicht mehr ganz genau weiß also wenn ihr dann tatsächlich eintragen müsst dann würde ich euch empfehlen diesen knopf zu drücken und dann könnt ihr hier so ein drop down menu da könntet ihr es dann eintragen ist ein bisschen einfacher und fehlerfrei genau weitere fragen okay gut ich hoffe ihr habt den datensatz runtergeladen ich überlege gerade mal ob wir jetzt eine kurze pause machen wir sind jetzt so mit dem mit dem mit dem daten fenster durch damit gesehen daten ansicht variablen ansicht wir haben gesehen wie man metadaten definiert variablen daten einträgt ich würde jetzt einfach mal bis 20 nicht bis 20 nach bis 25 bis 5 vor halb machen wir eine pause und dann machen wir weiter und schauen uns mal an wie man mit daten tatsächlich rechnen kann wenn sie es noch nicht getan haben laden sie sich bitte einmal die daten herunter damit sie gleich mitmachen können alles klar bis gleich 5 vor geht es weiter pünktlich ok weiter geht es im text muss ich ihnen wieder reinkommen genau wir waren stehen geblieben im daten fenster und ich gehe gleich noch mal weiter darauf ein wie wir daten in spss importieren bevor ich da weitermache noch mal die kurze frage an sie gibt es im moment fragen also mir helfen diese fragen wirklich weil sonst bekomme ich wenig feedback und dann weiß ich so ungefähr dass sie auch da sind oder dass sie dem ganzen folgen also wenn sie fragen haben ist es immer gerne gesehen okay gut dann fangen wir fort und zwar sprechen wir über den daten import eine möglichkeit habe ich gerade gezeigt das ist ganz einfach daten einzutragen ja das kommt immer wieder vor ist keine seltenheit für die personen die mit leiden server arbeiten ist es dann doch eher untypisch weil vor allen dingen die daten eben sowieso elektronische erhoben werden nämlich mit den umfragetools ich spreche mal von lime survey ist das umfragetool was hier von der hochschule offiziell betreut wird und angeboten wird natürlich gibt es auch ganz andere umfragetools also da gibt es so etwas wie survey monkey google forms also das sind eben anbieterprogramme die ihr auch komplett nutzen könnt das schöne an lime circle ist dass die daten hier tatsächlich an der hochschule gehostet werden nicht irgendwo im ausland das macht es dann datenschutzkonform okay ich schließe diesen datensatz jetzt also nicht überrascht sein und gehe weiter zu einer sache nämlich dem daten import von lime survey der dürfte für einige von ihnen interessant sein ich gehe jetzt mal direkt in eine umfrage von mir ich muss hier in die fenster zur seite schieben eine umfrage von mir eine frühere umfrage von mir die damals lief die aber immer noch hier online ist und ich zeige euch jetzt wie ihr daten von lime survey in sbss importiert das hier ist jetzt eure maske die ihr seht wenn ihr in lime survey seid also das ist die erste maske die ihr seht von eurer umfrage hier habt ihr verschiedene möglichkeiten die umfrage irgendwie zu beeinflussen häufig wenn man nämlich irgendwelche daten von lime survey will und das ist mir auch oft passiert geht man hier auf datenexport oder auf export damit ist aber nicht der export der daten gemeint sondern nur der export der eigentlichen umfrage von daher wenn ihr hier sucht seid ihr falsch ihr müsst zu antworten weil ihr wollt die antworten exportieren und hier habt ihr die möglichkeit auf antwort und statistik zu gehen und dort eben den export anzufordern und hier habt ihr jetzt unterschiedliche möglichkeiten ergebnisse für externe anwendungen exportieren das heißt also für excel oder für andere statistische programme hier für sbss p asw command datei p asw das war der vorgänger von sbss also irgendwann wurde p asw in sbss umbenannt das ist letztendlich die maske wo ihr hin wollt klickt da drauf und jetzt habt ihr hier wieder die besonderheit dass ihr zwei dateien herunterladen müsst also antwort datei oder antwort datei oder antwort datei nach sbss exportieren ich würde das so lassen ihr wollt meistens immer alle antworten exportieren und hier die sbss version also die version mit denen ihr arbeitet die sind alle version 16 oder höher das würde ich komplett leer lassen hier weil es tut eigentlich nichts zur sache und jetzt habt ihr zwei dateien die ihr herunterladen müsst einerseits die syntax vielleicht erinnert ihr euch noch es gibt das syntax fenster und jetzt sind wir auch beim syntax fenster angelangt syntax das ist die programmiersprache von sbss also dort wird in computer code geschrieben welche berechnung ihr machen müsst ihr müsst aber diese sprache nicht lernen also ihr kommt am besten in sbss klar wenn ihr euch mit der maus navigiert und bewegt diese datei habe ich jetzt runtergeladen und jetzt exportiere ich noch einmal die daten ich gucke in meinen download ordner und in diesem download ordner befinden sich ja das habe ich gerade schon vorbereitet befinden sich jetzt eben diese beiden dateien survey unterstrich bla 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 punkt dat und survey bla 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 punkt sbs die sbs das ist die syntax datei die euch die ihr gleich öffnet und die dat die enthält eigentlich eure daten die syntax datei sagt sbss wie ihr eure daten reinladet die syntax datei könnt ihr mit einem einfachen doppelklick öffnen und jetzt öffnet sich sbss und es öffnet sich nicht nur das datenfenster sondern gleichzeitig auch das syntax fenster und im syntax fenster von dem ich gerade geredet habe das syntax fenster ist ja neben dem datenfenster und dem ausgabefenster ein fenster von sbss das ganze dauert jetzt ein bisschen und was ihr gleich sehen werdet ist so ein computerskript mit computer kommandos das dann sbss erzählt hey pass mal auf welche datei soll ich denn laden wo finde ich denn die daten und wie sollen diese daten strukturiert sein das ist das datenfenster das ist jetzt leer das interessiert uns in diesem moment nicht wir gehen in das syntax fenster hinein und hier seht ihr den code den ich gerade angesprochen habe so und jetzt müsst ihr eine sache beachten ihr müsst diese achte zeile die müsst ihr anpassen diese achte zeile in der müsst ihr schreiben wo befindet sich denn eure dat datei also wenn ihr auf einem windows rechner seid schreibt ihr hier c doppelpunkt slash weiß ich nicht im ordner downloads befindet sich diese datei auf dem mac kann ich kurz nachgucken befindet sich diese datei auch in meinem download ordner da gehe ich mit rechte maustaste auf informationen und mit rechte maustaste hier auf den dateipfad den kann ich kopieren den kann ich dann letztendlich hier vor dem dateinamen einfügen ich weiß gerade nicht was mein computer hat der ist ein bisschen langsam so und jetzt habe ich hier das ist mein dateifad user jens downloads und dort findet man die datei ich habe das heute morgen ausprobiert ob das funktioniert weil meistens habe ich damit probleme auf dem mac ich habe tatsächlich wieder probleme also ich gehe nicht davon aus dass es jetzt klappt wenn ich durchführe ja ich habe auch das problem noch nicht ganz rausgefunden aber eigentlich auf dem windows funktioniert es ganz gut c doppelpunkt und dann die dateifad ihr könnt es dann ausführen mit ihr markiert hier den ganzen computer code das könnt ihr entweder machen mit gedrückter maustaste oder drückt einfach steuerung a dann ist auch alles markiert also ihr sagt jetzt bitte führe diesen computer code aus das ist eine lange umfrage ach deswegen ja so und dann drückt ihr damit ihr den code ausführt auf diesen grünen knopf auswahl ausführen wie gesagt ich glaube das schlägt jetzt fehl den fehler konnte ich noch nicht ganz ausmachen wenn es da bei euch probleme gibt und ich habe viele studierende betreut die dort probleme hatten die daten nach spss zu bekommen dann meldet euch bei der methodenberatung aber normalerweise wenn ihr es so machen würdet würde es funktionieren ich nehme an beim update meiner spss datei ist mir was schief gelaufen so funktioniert es ist jetzt nicht das ganz beste beispiel weil es hier eben zu kleinen fehler kam aber normalerweise öffnet sich dann das datenfenster und ihr habt die daten aus line server importiert das ganze steht auch auf der line server homepage hier unten anleitung für ungeduldige beide dateien laden öffnen die sie die syntax dateien spss editieren sie die achte zeile mit dem dateinamen und dann wählen sie run all aus dem menü also den grünen knopf und dann sollten die daten importiert werden bei mir werden sie es gerade nicht naja vielleicht kommt irgendwie wird es noch wohl hinkriegen gut dazu fragen gut jetzt eine dritte methode daten nach spss zu laden ich bin hier wieder im datenfenster und ich habe jetzt irgendwo eine datei liegen marketing data ja könnte ich jetzt einfach auf datei öffnen gehen und das kennt ihr auch von word daten ich habe jetzt verschiedene möglichkeiten ich kann direkt spss daten öffnen ich kann aber auch hier excel dateien öffnen da kann ich in den download ordner gehen die dropbox ok mir wird hier gerade kein ordner angezeigt also normalerweise müsste mir da jetzt eigentlich die datei angezeigt werden warum auch immer und jetzt sie nicht dann mache ich nochmal anders ich kann hier einfach die datei öffnen die excel datei mit dem roh daten das funktioniert auch kann ich dann eben hier die daten die ich hier habe die wieder in tabellarischer reise gespeichert sind in den spalten die variablen die merkmaler repräsentieren und in den zahlen jeweils irgendwelche merkmalsträger nicht beobachtet habe das kann ich mit rechter maustaste kopieren und eben in spss im datenfenster einfügen also ihr seht da führen viele wege nach oben der nachteil den ihr jetzt habt die daten sind noch nicht definiert also ihr müsst jetzt hier noch hingehen und sagen okay wie sind denn meine daten überhaupt beschrieben geht ihr zurück die variablen ansicht und schreibt hier erste variabel ist dann zum beispiel die id das nehme ich hier gerade mal aus der excel tabelle id das ist die phone number und so weiter und so fort also da seht ihr auch den unterschied zwischen excel und spss excel speichert wunderbar die rohrdaten spss auch aber spss geht noch einen schritt weiter als excel spss beschreibt eben auch die daten indem sie in der variablen ansicht die metadaten beinhaltet also fassen wir mal zusammen wir haben im wesentlichen drei wege daten nach spss zu importieren wie tragen sie so ein wir importieren sie von einem server oder wir holen sie uns von excel aber es gibt auch weitere datenformate wer es vielleicht kennt csv dateien sind häufig ein datenformat das sehr beliebt ist kann spss ebenfalls ist genau das alles mal okay und zwar wenn ich das hin also ich habe windows pc deshalb bin ich guter dinge dass das dann mit lime service so klappt wie sie das gerade gezeigt haben ich denke auch ja ich habe nur leider noch keine antworten dass das jetzt noch nicht versuchen konnte aber wenn das dann so funktioniert in welcher form stehen denn die variablen dann da ist das so wie wenn ich das aus einer excel kopiere auch nur die rohrdaten oder okay habe ich wahrscheinlich nicht nicht deutlich gemacht nein dann dann das ist das schöne in dieser in dieser datei in dieser syntax datei die sie von line server bekommen steht beschrieben wie alle metadaten auch übernommen werden also wenn du in line server deine umfrage erstellt hast hast du ja auch gesagt okay die einsteht für erste bundesliga die zwei für die zweite bundesliga ähnlich und diese ganzen daten die werden dann auch übernommen und du musst quasi nichts mehr editieren quasi ich würde trotzdem noch mal rüber gehen und schauen ob das alles korrekt übernommen wurde aber im grunde hast du dann dir diese komplette arbeit erspart aber auch dafür alle die mit line server arbeiten und die daten importieren was wichtig ist kontrollieren 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 sie ob spss das maß richtig übernommen hat das heißt das skalenniveau überprüft bei jeder variabel ist es tatsächlich das was line server angeht weil da ist meiner meinung nach doch eine kleine fehleranfälligkeit zu erwarten ja ich weiß auch gerade nicht also ich glaube es liegt irgendwie an meinem pc weil ich habe ja gerade auch die excel datei gesehen das ist auch super merkwürdig ja ich habe gestern andere noch mein laptop geupdatet es kann sein dass es daran liegt naja wer weiß es weitere fragen bleibt das war jetzt so der große teil beschreibung des aufbaus was uns noch fehlt ist dass da ein das ausgabefenster da kommen wir gleich zu ich gucke gerade mal eben auf den datensatz den wir jetzt verwenden werden also wenn sie bereit sind dann können sie auch mit mir die datei sicherung punkt sav öffnen und diese datei enthält jetzt so ein fantasie datensatz den ich mal erstellt habe also da sind daten drin die so eine marketing maßnahme letztendlich widerspiegeln sollen im kleidungshandels und anhand dieser möchte ich jetzt mit ihnen ein paar funktionen in sbss durchgehen also ich gehe nochmal in die sbss struktur ja 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 Genau. Also eigentlich kommen Sie nicht mit der Syntax in Berührung, wenn Sie nicht mit Lime-Survey arbeiten. Und auch die Syntax würde ich hier an dieser Stelle auch nicht näher eingehen. Also die Sicherung nochmal öffnen. Wir gehen jetzt vom Programm in die Datenvorbereitung. Also was kann man mit Daten machen, bevor man sie tatsächlich richtig auswertet. Ich warte noch kurz, alle die Möglichkeit haben, da einmal den Datensatz zu öffnen. Währenddessen kann ich ja einmal schon kurz beschreiben, was Sie in diesem Datensatz sehen. Insgesamt haben wir hier, wir befinden uns gerade im Datenfenster, in der Variablenansicht. Also die Variablenansicht, die unsere Variablen eben beschreibt. Die Meta-Laden. Wir sehen hier, dass wir insgesamt zwölf Variablen haben. Die erste Variable ist eine Kunden-ID, dann die zweite die Telefonnummer, Geschlecht und so weiter und so fort. Einmal Körpergröße, Kleidergröße, den Umsatz. Und zum Beispiel bei Umsatz ist jetzt auch ganz wichtig, ach, das mag ich nicht so gerne immer, was hier so groß wird. Beim Umsatz mag ich zum Beispiel nicht dieser Kurzname. Da steht zwar jetzt Umsatz, aber was für ein Umsatz? Deswegen gibt es hier die Beschriftung. Aha, es handelt sich hier um den Umsatz pro Monat in Euro. Oder Kleidergröße. Wie ist die Kleidergröße denn definiert? S, M oder L. Worauf ich gleich als erstes mit euch hinaus will, ist einmal zu gucken, wie man, was ich gerade gesprochen habe, aus intervallskalierten Variablen, wie dem Alter zum Beispiel, Gruppen bildet. Man nennt es auch Transformieren. Und dieses Transformieren, das ist eben eine entscheidende Funktion von SPSS in der Datenvorbereitung. Also es kommt häufig vor, dass wenn Sie Daten bekommen, Sie erst mal Daten vorbereiten müssen. Also wir wollen das Alter jetzt nicht direkt irgendwie so nehmen, wie es ist, sondern warum auch immer, wir brauchen für unsere Analyse drei Gruppen. Wir wollen unterscheiden zwischen Jungen, zwischen Mittleren und zwischen Alten Kunden. Und jetzt gehen wir wirklich in die Datenvorbereitung. Wir arbeiten jetzt wirklich mit Daten. Schauen wir uns noch einmal die Daten an. Ich gehe jetzt in die Datenansicht. Und dort sehen wir jetzt die Rohdaten. Also der erste Kunde hat die Kundennummer 1 mit der Telefonnummer 7832. Ist natürlich nur exemplarisch. Männlich, ist 1,84 groß, Kleidergröße M. Gibt gute 28 Euro bei uns im Monat aus. Beim Gewicht fehlt uns eben hier der Wert Zufriedenheit 4. Auch da, was ist denn 4? Kleiner Trick für euch. Häufig ist es so, dass man oft zwischen Daten und Variablenansicht rumswitchen muss. In diesem Fall weiß ich jetzt nicht, was der Wert 4 bedeutet. Klicke also mit Doppelklick auf den Spaltenkopf. Komme direkt hier in die Variablenansicht, die mir sagt, aha, wie ist denn die Kundenzufriedenheit definiert? Kundenzufriedenheit, ach, das mag ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Also ein bisschen, so, gehen wir hier rein. Kundenzufriedenheit mit dem Service von 1 bis 10. Und hier fehlt eigentlich noch eine Information, wobei 10 unzufrieden. Das war jetzt schlampig von mir dokumentiert. Genau. Klicke ich wieder auf den Zeilenrand doppelt, komme wieder hier direkt in die Zufriedenheit. Derjenige war 18 und dann haben wir Werbung, wo wurde er mit der Werbung aufmerksam? Er hat uns bei Instagram gesehen, bei Google gesehen und bei anderen. Okay. Aber ich habe gesagt, ja, Frage, genau, gerne. Ich habe das jetzt hier verglichen mit den Datensätzen und bei mir steht beispielsweise bei Geschlecht 0, bei Werbung Instagram 1, also anstatt ja, stehen da Zahlen. Genau. Das ist, genau. Ja, genau. Das ist das, was wir gerade schon mal hatten, hier auf Wertbeschriftung, hier oben, diesen Knopf. Ja. Und wenn du da drauf klickst, dann ändert sich das komplett. Also dann hast du einmal quasi die Übersetzung vom Numerischen ins Inhaltlich Bedeutsamere. Danke. Prima. Weitere Fragen? Okay. Also, wir wollen jetzt das Alter unterteilen. Wir wollen die Jungen haben, unter 20. Wir wollen die Mittleren haben, 21 bis 30 und die, die über 30 sind. Transformieren nennt man das Ganze. Wir können hier auf Transformieren klicken, Variable umkodieren in eine andere Variable. Also wir wollen jetzt aus dieser Variable eine neue, eine gruppierte Variable machen. Und auch da gerade diejenige, die meinte mit der Berufserfahrung in Monaten, fragt die Berufserfahrung in Monaten oder Jahren halt einmal ab. Kategorisieren, gruppieren könnt ihr sie nachher immer noch. Also, transformieren, umkodieren in eine andere Variable. Und dann wollen wir mit der Variable und hier auch nochmal meinen Hinweis. Das ist jetzt ein ganz typisches Bild in SPSS. Links habt ihr immer die Variable, mit denen ihr arbeiten könnt. Also das sind die euch zur verfügbaren Variablen. Auf der rechten Seite, mit denen ihr jetzt tatsächlich etwas anfangen wollt. Jetzt wollt ihr umkodieren in eine andere Variable. Ihr wollt aus der intervallskalierten Variable Alter eine Gruppierungsvariable machen. Eine ordinal skalierte Variable. Alter und Jahren wählen wir also aus. Ihr könntet entweder mit einem Doppelklick da draufklicken. Oder, ich nehme das mal wieder zurück, ihr könnt diese Variable anwählen. Oder mit dem Pfeil. Oder ihr könnt die Variable so mit Drag & Drop rüberziehen. Alles möglich. Kein Problem. Und jetzt können wir hier sagen, alte und neue Werte. Der Bereich 0 bis 20 Jahre. Das sind die alten Werte. Die sollen den neuen Wert 1 erhalten. Klicke auf Hinzufügen. Die Personen, die 21 bis 30 sind. Die sollen den Wert 2 erhalten. Die, die älter sind. Also 31 bis 99. Oder was ihr auch machen könnt. Bereich Wert bis größter. Also 31 bis zum größten Wert in der Datenreihe. Ups. 31 bis zum größten Wert. Wir gleichbedeuten mit 31 bis 99 oder so. Wir bekommen jetzt den Wert 3. Also wir erhalten jetzt aus einer intervallskalierten Variable, die die Jahre enthält, eine Gruppierungsvariable mit drei Gruppen. Das könnte, warum auch immer, fürs Marketing interessant sein. Ja, das anders gruppiert. Vielleicht hängen da irgendwelche Fragen. Ich habe das Ganze jetzt mit OK bestätigt. Gehe jetzt in die Ausgabevariable hinein. Und hier muss ich jetzt noch erst einen Namen vergeben, um das Ganze zu verabschieden. Also um diese Transformation endgültig zu machen. Und hier gebe ich jetzt ein Alter, Klassen oder klassiert. Und hier kann ich schreiben, das Alter in drei Klassen, Jung, Mittel, Alt. Und das wird gleich in meine Variablenbeschreibung übernommen. Und das ist jetzt so, was ich Stolpersteine nenne in SPSS. Und da gibt es eine Menge von. Das sind so kleine Dinge, die mich manchmal auf die Spitze treiben. Weil jetzt will ich einfach OK klicken. Ich habe alles gemacht. Ich habe meine Variable ausgewählt. Ich habe die alten und neuen Werte definiert. Ich habe hier einen Namen eingegeben, eine Beschriftung eingegeben. Aber ich kann hier nicht OK klicken. Geht nicht. Und wie gesagt, das ist so ein kleiner Stolperstein. Ich muss hier noch auf Ändern drücken. Dann wird mir hier OK angezeigt. Und das kann manchmal ein bisschen nervig sein. Also da gibt es ein paar Stolpersteine, die mir auch immer wieder in den Weg kommen. Also ich arbeite jetzt relativ lange mit SPSS. Und diese Stolpersteine gibt es immer wieder. Auch die ich noch nicht kenne. Okay. Verabschiede das mit OK. Und was jetzt passiert ist, es öffnet sich gleich einerseits das Ausgabefenster. Also wenn ihr jetzt mitgemacht habt, sollte bei euch ein Ausgabefenster geöffnet werden. Bei mir ist das leider im Hintergrund. Und jetzt sind wir zum ersten Mal im Ausgabefenster. Oder wie ich es nenne, Ergebnisfenster. Hier werden immer eure Ergebnisse präsentiert. In diesem Fall habt ihr eigentlich kein Ergebnis, sondern SPSS gibt euch nur eine Rückmeldung. Pass auf, hier ist was passiert. Und zwar habe ich das Alter recoded, also rekodiert. Und immer wenn ein Execute Punkt steht, dann ist es eigentlich gelungen. Gehe ich jetzt aber in meinen Datensatz, also in die Datenansicht zurück. Und dann sehe ich hier das Alter klassiert. Doppelklicke ich nochmal auf den Spaltenkopf. Dann sehen wir hier, dass vieles unserer Beschriftungen übernommen, unserer Definition übernommen wurde. Das Alter. Schaut, ich habe hier einen Unterstrich gemacht, weil ich keine Nährzeichen benutzen darf. Das Ganze ist numerisch. Die Breite ist 8, das ist okay, das haben wir gesagt. Dezimalstellen brauche ich eigentlich nicht. Das hat jetzt einen ästhetischen Aspekt, aber ich kann ja auf 0 gehen. Dann habt ihr meine Beschreibung übernommen, meine Beschriftung. Und bei Werte würde ich euch jetzt empfehlen, so etwas hinzuzufügen. Also klicke ich hier auf die Doppelpunkte und jetzt sage ich ja, die Klasse 1 waren ja die Jungen oder Jung. 2 war Mittel. Und vielleicht könnte ich hier sogar noch hinschreiben, was das bedeutet. Also Mittel wäre dann 20 bis 30. Ne, 21 bis 30. Und der Wert 3 wäre 31 und älter. Füge ich auch hinzu. Und das kann ich nochmal anpassen. Ich klicke hier drauf und passe das einfach an. Jung bis 20. Und ich sehe, ich war hier noch was vergessen. Okay, also so könnt ihr immer mit euren Variablen arbeiten, wenn ihr Gruppen braucht. Und glaubt mir, dass manchmal fragt so der Prof oder die Professorin, ja wie sieht es denn aus? Haben sie schon mal die Alten mit den Jungen verglichen? Je nach Forschungsfrage, je nach Thema der Arbeit. Aber dann wisst ihr, wie man damit umgehen kann. Ja, und wenn ich nämlich jetzt nochmal auf den Zeilenrand doppelklicke, springe ich wieder zurück in die Datenansicht und ihr seht, dass das hier übernommen wurde. Was man manchmal auch hat, dass man mit Daten etwas umrechnen möchte. Also zum Beispiel möchten wir jetzt das Body Mass oder den Body Mass Index berechnen. Warum auch immer. Aber ist jetzt hier ein schönes Beispiel, um mal zu zeigen, was sonst noch transformieren ist. Transformieren ist zum Beispiel aus zwei Variablen eine neue berechnen. Also für den Body Mass Index brauchen wir die Körpergröße und wir brauchen das Gewicht. Und die Körpergröße brauchen wir aber einen Meter. Denn der Body Mass Index ist Kilogramm durch Quadratmeter Größe. Also müssen wir hier die Körpergröße noch anpassen, weil sie ein Zentimeter ist. Wenn wir von Zentimeter nach Meter transformieren wollen, müssen wir einfach durch 100 teilen. Können wir einfach machen. Also wir machen jetzt transformieren. Variable berechnen. Gerade haben wir umkodieren in eine andere Variable gemacht. Jetzt wollen wir eine Variable berechnen. Hier wieder ganz typisch im Fenster, was ich gerade gezeigt habe. Links die Variable, mit denen wir rechnen können. Rechts, was wir mit diesen Variablen machen. Auch hier nochmal ein kleiner Tipp von mir. Insbesondere, wenn Sie einen sehr langen Datensatz haben, klicke ich hier immer rechte Maustaste in das linke Feld mit den Variablen und klicke auf Variablen Namen anzeigen. Dann habe ich hier eben den Kurznamen und wenn ich lange mit so einem Datensatz arbeite, dann ist das einfach übersichtlicher. Also, ich will die Körpergröße und ziehe das hier rein mit Drag & Drop und wie im ganz normalen Taschenrechner auch, teile durch 100. Und die Zielvariable benenne ich Körpergröße Meter. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell gerade. Aber im Zweifel können Sie es ja nochmal im Video nachschauen. Was jetzt passiert, wir gelangen wieder, ich drücke OK, wir gelangen wieder ins Ausgabefenster. Hier im Ausgabefenster ist nicht viel zu sehen, außer eben nochmal mein Befehl. Berechne mir meine neue Variable. Die besteht aus Körpergröße geteilt durch 100. Execute hat wohl geklappt. Ich gehe wieder ins Datenfenster zurück. Aha, da ist meine Variable Körpergröße in Metern. Gut. Wollen wir uns damit nicht lange aufhalten? Wir wollen ja zum Body Mass Index kommen. Also, üben tun wir durch wiederholen. Wir gehen auf Transformieren, Variable berechnen. Ich habe gerade gesagt, der Body Mass Index, BMI, ist das Körpergewicht in Kilogramm. Geht teilt durch die Körpergröße zum Quadrat. Gut. Muss man nicht auswendig wissen, was habe ich hier gemacht? Wieder wie im Taschenrechner. Das Interessante ist hier, dieser Doppelstern. Doppelstern 2 bedeutet einfach nur, nimm die Körpergröße zum Quadrat. Also, nimm das Gewicht und teile es durch die Körpergröße zum Quadrat. Und dann erhalten wir unseren BMI. Und wir klicken mal auf OK. Eine kurze Frage noch? Ja, gerne. Also, ich habe das Erste mitberechnet. Du wolltest das Zweite jetzt auch mitberechnen. Aber wenn ich dann wieder in die Maske gehe, dann steht da noch das von dem Alten mit drin. Kann ich das einfach rauslöschen? Oder muss ich da jetzt irgendwas? Du musst es rauslöschen, aber ich zeige dir einmal, wie es ganz schnell geht. Genau. Das bleibt ja immer bestehen. Also, immer wenn ihr etwas berechnet habt, dann bleibt es erstmal da stehen. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil manchmal will man nur eine Kleinigkeit ändern, weil ich mich hier vielleicht vertippt habe oder so. Aber wenn du eine komplett neue Berechnung anfangen willst, ist es störend. Und dann klickst du hier einfach auf Zurücksetzen. Ah, okay. Ja. Und dann ist es quasi wieder auf den Standardwert. Also, das ganze Fenster ist leer und du kannst eine neue Berechnung starten. Okay. Gut. Auch hier landen wir wieder im Ausgabefenster oder Ergebnisfenster. Beide Synonym. Auch hier haben wir jetzt das BMI oder den BMI berechnet. Execute hat alles geklappt. Wir werden eine neue Variable sehen. Ja. Das hat alles geklappt. Und wenn wir uns die BMIs angucken, dann sind die auch zumindest plausibel. Ja. Also, der BMI liegt ja typischerweise bei 23 plus minus 5. Jetzt haben wir hier Punkte. Hat jemand eine Idee, warum wir hier Punkte sehen? Das sind die, wo das Gewicht nicht angegeben ist oder fehlt. Da steht minus 999. Genau. Wir brauchen ja das Gewicht, um den BMI zu berechnen. Und wenn hier ein fehlender Wert ist, dann können wir eben auch kein BMI berechnen. Und das trifft auch auf die Körpergröße zu. Also, ich weiß nicht, ob wir bei der Körpergröße auch fehlende Werte haben. Guck mal gerade hier in dieser Spalte. Nee, keine fehlenden Werte. Genau. Und das ist eben der Unterschied. Das ist jetzt nur am Rande. Aber völlig korrekt, was du gesagt hast. Also, immer wenn da hier ein Gewicht ein fehlender Wert war, dann können wir auch den BMI nicht berechnen. Und immer wenn hier ein Punkt steht, das ist was anderes als, also das ist wieder ein explizit fehlender Wert. Aber es ist ein sogenannter systemdefiniert fehlender Wert. Was ihr gerade gehabt hattet, das war ein, also mit dem minus 99, das hier ist ein benutzerdefiniert fehlender Wert. Dazu habe ich ja alles gesagt. Also immer wenn ihr fehlende Werte habt, dann solltet ihr diese minus 99 oder minus 888 ansetzen. Genau. Okay. So weit, so gut. Gibt es dazu Fragen? Also das war jetzt Transformieren. Geht nochmal rein. Also ihr seht, hier gibt es noch eine ganze Menge mehr an Transformieren. Ich will jetzt nicht alles durchgehen. Also mein Ziel ist bei diesem Seminar auch, euch einen breiten Überblick über SPSS zu geben und nicht den tiefen Blick in SPSS. Weil ich glaube, wenn ihr die Grundstruktur versteht, wie SPSS funktioniert, dann fällt es euch ganz leicht, euch neue Inhalte zu erarbeiten. Also zum Beispiel, möglicherweise kommt ihr in Verlegenheit und müsst Dummy-Variablen erstellen. Auch wenn ihr jetzt möglicherweise noch nicht wisst, was das ist. Aber wenn, dann seid ihr zumindest im System SPSS orientiert und wisst, okay, ich muss was transformieren und transformieren funktioniert so und so. Und da kann ich euch auch immer nur empfehlen, YouTube-Videos, YouTube-Videos, YouTube-Videos. Also ich habe auch sehr viel über SPSS an YouTube-Videos gelernt. Also SPSS hat eine unheimliche Tiefe an Funktionen, an Verzweigungen, eine Funktionsfülle. Ich würde mal sagen, mittlerweile kenne ich 60, gute 60 Prozent schätzungsweise. Also wir kommen hier noch nicht mal an 10 Prozent ran, was wir heute behandeln. Genau. Das wollte ich auch nochmal eben einmal hier festhalten. Das Zoom-Fenster geht an und wie gibt es? So, ein Moment, neue Folie. So, ein Moment, neue Folie. Okay. Gut. Bis hierhin auch noch. Also ihr könnt immer gerne fragen, auch wenn ich da gerade am Titten bin. Sonst noch Fragen? Okay. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar in den Bereich der Datenanalyse. Das ist eigentlich der Teil, wo es interessant wird. Gut. Datenanalyse. Und da starte ich jetzt erstmal nochmal ganz kurz mit dem Statistikunterricht. Und zwar, was man als allererstes machen möchte, ist eigentlich eine deskriptive Statistik. Wenn ihr eine Abschlussarbeit im quantitativen Bereich schreibt, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass ihr erstmal eure Daten deskriptiv auswertet. Deskriptiv bedeutet ja nichts anderes als beschreiben. Und warum beschreibt ihr oder müsst ihr Daten beschreiben? Weil das eigentlich zeigt, dass ihr euch mit Daten auseinandersetzen könnt, diese eben zu erfassen. Das Herzstück deskriptiver Statistik ist eigentlich aus vielen Zahlen wenige interpretierbare und repräsentative Zahlen zu machen. Also ihr könntet ja auch Daten erheben und dann der Prüferin sagen, hier, das sind meine Daten, das ist mein Datensatz, viel Spaß damit, da steckt ja schon alles drin. Im Grunde wäre das nicht falsch. Aber erst die deskriptive Statistik, also die Auswertung in sinnhafte Zahlen, in repräsentative Zahlen, macht so einen Datensatz verständlich. Und die deskriptive Zahlen, und ich wiederhole mich hier, ist eigentlich die Beschreibung von Zahlen, von vielen Zahlen, mit wenigen, aber dafür aussagekräftigen Zahlen. Zum Beispiel könnten wir die Frage haben, wir haben hier einen Datensatz von Kunden eines Kleidungshändlers. Von diesen Kunden haben wir die ID, die Telefonnummer, das Geschlecht etc. Was ist denn eigentlich die mittlere Altersstruktur unserer Kunden? Könnten wir theoretisch anhand dieser Daten erheben, denn wir haben ja das Alter erhoben. Und hier können wir eben deskriptiv arbeiten. Das heißt, diese ganze Datenreihe, die wir haben, die werten wir jetzt mit statistischen Methoden aus. Mit deskriptiven Kennwerten. Deskriptive Kennwerte kennt ihr alles, alle, das ist der Modus, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der Median oder der Mittelwert, Standardabweichung, Perzentile und so weiter und so fort. Wir machen es hier aber nicht mehr so ganz kompliziert, wir bleiben mal einfach, damit wir sehen, wie SPSS funktioniert. Wir können nämlich jetzt hier das mittlere Alter ganz einfach erheben, nämlich auf Analysieren, deskriptive Statistik und dann auf Häufigkeiten. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, finde ich zumindest, weil wir eigentlich den Mittelwert haben wollen. Aber ja, wir bleiben mal bei Häufigkeiten. Und jetzt hier wieder das Fenster, was wir schon kennen. Wir haben links die Daten oder die Variablen, die uns zur Verfügung stehen und rechts die Variablen, mit denen wir arbeiten wollen. Und da ziehe ich jetzt einfach mal das Alter in die Variablenliste, mit denen wir arbeiten wollen und kann hier auf Statistiken drücken. Ich wiederhole es nochmal für alle, die nicht mitgekommen sind. Ich bin auf Analysieren gegangen, deskriptive Statistik. Wir wollen beschreiben und gehe hier auf Häufigkeit. Und gebe mir jetzt den Mittelwert vom Alter aus. Rechts seht ihr auch noch etwas ganz Typisches. Da wird es nämlich immer spannend. Das meine ich mit, dass SPSS sehr verzweigt ist. Hier rechts stehen euch ganz viele Optionen immer zur Verfügung. Also ihr könnt hier nochmal spezifizieren, was wollt ihr denn für deskriptive Statistiken anfordern. Zum Beispiel muss ich hier ankreuzen den Mittelwert, den Median. Perzentile, Standardabweichungen und so lassen wir jetzt mal weg. Und klicke auf Weiter. Und drücke auf OK. Wenn ihr jetzt gerade dabei seid, Häufigkeitstabellen am besten nicht anzeigen lassen. Das macht keinen Sinn für intervallskalierte Variablen. Ihr könnt ja mal probeweise, ich mache es mal probeweise, dann seht ihr, das ist Quatsch. Und klicke hier auf OK. Was ich jetzt bekomme, ist wieder das Ausgabefenster und dann meine angeforderte Statistik. Eine Statistik, die ihr immer bekommt, ist eine Analyse der gültigen und fehlenden Werte. Wir haben hier 150 gültige und keine fehlenden Werte. Das bedeutet, alle Merkmalsträger, die wir hier in diesem Datensatz haben, haben zum Alter eine Angabe gemacht. Oder wir haben einen Wert von diesen Personen. Und hier sehen wir dann das Alter in Jahren. Und das ist die sogenannte Häufigkeitstabelle, wo ich gerade gesagt habe, das wird schnell unübersichtlich oder das ist unnützlich bei Intervallskalierten Variablen. Hier sehen wir nämlich, wie viele Personen waren denn 18 Jahre alt. Das waren 8. Wie viele 19? Das waren 2. Wie viele 20? 23 und so weiter und so fort. Das ist eigentlich noch nicht so richtig diskretive Statistik. Weil wir haben ja gesagt, aus vielen Kennzahlen wollen wir wenige, möglichst eine Kennzahl machen, mit der wir den gesamten Datensatz oder diese Datenreihe, diese Variable beschreiben wollen. Und das sind dann doch ein bisschen zu viele. Den Mittelwert, den wir angefordert haben, sehen wir aber hier oben wieder in der Statistik. Also das mittlere Alter unserer Kunden ist 27,05 Jahre. Und der Median, auch da noch mal eine ganz kurze Statistik-Lektion. Der Median ist der Wert, der die Datenreihe in genau 50% der Werte darunter teilt und 50% der Werte darüber. Genauer gesagt, mindestens 50% der Werte. Oder mache ich es mal an diesem Beispiel. Der Medianwert ist 26. Mindestens 50% aller Kunden sind 26 Jahre und jünger. Und mindestens 50% der Kunden sind 26 oder älter. Das sagt der Median aus. Auch hier noch mal Statistik. Man nimmt die Median häufig gerne, weil der Median nicht so ausreißersensitiv wäre. Also wenn wir hier eine Person, einen Kunden hätten, der 80 wäre. Dieser eine Datenpunkt mit dem einen 80-Jährigen, der würde den Mittelwert gänzlich beeinflussen. Den Median interessieren diese Ausreißerwerte kaum. Deswegen ist es eigentlich immer sehr praktisch, nicht nur den Mittelwert, sondern auch gleichzeitig den Median dazu. Also ich würde es euch empfehlen. Ich finde den Median einen sehr sympathischen Kennwert. Okay. So viel dazu. Der Mittelwert. Fragen dazu? Okay. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ordinal skalierte und nominal skalierte Variablen zusammenzufassen. Hier können wir nicht den Mittelwert nehmen. Also wir können von Nominalskalenniveau schon mal gar nicht. Also wir können von Automaten, das ist ja typischerweise gruppiert und Nominalskaliert, können wir keinen Mittelwert nehmen. Aber wir können von diesen nominalen Kategorien und von den ordinalen Kategorien Zusammenfassungen machen. Und da sind wir häufig dann eben schon bei Häufigkeit. Und jetzt wollen wir mal wissen, okay, gehen wir mal auf das Geschlecht. Das mag ja auch interessant sein. Wie viele männliche und wie viele weibliche Kunden haben wir? Dazu geht ihr wieder auf Analysieren, deskriptive Statistik. Und jetzt passt Häufigkeit etwas besser, weil wir jetzt eigentlich Häufigkeiten haben wollen. Wie viele Männer und wie viele Frauen haben wir als Kunden? Klicken auf Häufigkeit. Komme wieder in dieses Fenster, das ich gerade schon hatte. Und ehrlich gesagt sehen wir wieder, dass ich eigentlich nichts getan habe. Klicke ich auf Zurücksetzen und bin wieder komplett blank im Standardmodus. Und kann jetzt einfach hier das Geschlecht wählen und zu der Variable hineinziehen, mit der ich etwas berechnen möchte. Ihr könntet jetzt quasi auch den Mittelwert anwählen, aber der würde euch nicht viel geben. Wenn ihr euch mit Nominaldaten, mit kategorialen Daten befasst, also ordinale Daten, dann nehmt den Modalwert. Der Modalwert ist der Wert, der am häufigsten in einer Datenreihe vorkommt. Also in diesem Fall wird der Modalwert männlich sein, wenn wir mehr Männer haben oder er wird weiblich sein, wenn wir mehr Damen in der Stichprobe und in diesem Datensatz haben. Ich klicke auf Modalwert, klicke auf Weiter. Und mal zum Spaß, wir können uns hier auch schon Diagramme anzeigen lassen, das ist eigentlich ganz nett. Wir können uns einfach mal hier so ein Kreisdiagramm anzeigen. Ja, und dann haben wir nachher einen Kreis mit dem Anteil Frauen und Männer. Und klicke hier auf OK. Hier geht es jetzt wieder los, meine Häufigkeiten, das Geschlecht. Wir haben wieder 150 gültige Werte. Der Modus ist 0. Jetzt müssen wir wissen, wofür steht denn dieser Modus? Hier oben steht es, 0 steht für männlich. Das heißt, wir haben mehr Männer als Frauen in unserer Stichprobe. Und das sehen wir auch hier jetzt in dieser sogenannten Häufigkeitstabelle. Wir haben 82 Männer, das entspricht 54,7%. Und wir haben 68 Frauen, das sind 45,3%. Und hier eben das Diagramm. Zu den Diagrammen sage ich später noch etwas. Okay, ich hoffe, das ist soweit klar. Das ist sozusagen das Brot- und Butterinstrument. Die deskriptive Statistik. Und ihr seht, ich wechsle hier immer zwischen den Fenstern. Also das macht es eben aus. Also ich wechsle jetzt zwischen dem Datenfenster, das hier jetzt im Hintergrund steht. Einfach über einen Klick. Und komme hier wieder ins Ausgabefenster mit einem Klick in den Hintergrund. Also sowas kennt man bei Excel eigentlich nicht, dass man zwei Fenster parallel hat laufen. Okay. Und was wir hier gemacht haben, ist genauer gesagt univariate deskriptive Statistik. Warum univariate? Weil wir uns nur eine Variate, uni, angeguckt haben. Univariate. Wir haben uns das Geschlecht separat angeguckt und wir haben uns das Alter separat angeguckt. Interessant wird es eigentlich erst in der sogenannten Di- oder Multivariaten-Deskriptive Statistik. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und für die Leute, die jetzt so ein bisschen träge geworden sind, aber dennoch in einer Arbeit später mit SPSS arbeiten wollen, sollten jetzt nochmal genau zuhören, weil das wird euch nachher sehr viel Zeit sparen. Glaubt mir. Also ich habe schon Dinge erlebt, wie man das hier, wie man Bivariat arbeitet. Dabei geht es so leicht. Also viele Studierende machen es sehr umständlich, aber es geht sehr leicht. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen jetzt in die Bivariate deskriptive Statistik rein. Wir betrachten jetzt zwei Variablen. Wir können jetzt uns einfach überlegen, wer gibt mehr Geld bei uns aus? Sind es die Frauen oder die Männer? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zwei Variablen nehmen. Nämlich einmal den Umsatz und einmal das Geschlecht. Nur wenn wir beide vereinen, bekommen wir eben die Frage beantwortet, die wir stellen. Geben Männer oder Frauen im Mittel mehr aus? Und um das Ganze jetzt zu initiieren, müssen wir ins Fenster Daten gehen. Also wir waren schon auf Transformieren, wir waren schon auf Analysieren und das dritte Menü, was ich euch jetzt präsentiere, sind Daten. Und jetzt sagen wir, okay, wir möchten ja Mittelwerte ausrechnen, aber nicht Univariat, sondern hinsichtlich des Geschlechts. Und deswegen müssen wir jetzt die Datei aufteilen. Das findet ihr unter Daten, Datei aufteilen. Wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann seht ihr alle Fälle analysieren, keine Gruppen bilden. Naja, was ihr aber jetzt machen wollt, ist eigentlich Gruppen vergleichen. Und zwar, welche Gruppen? Hier links seht ihr wieder die Gruppen, die ihr zur Verfügung habt. Naja, das Geschlecht. Und zieht es hier wieder per Drag & Drop rein. Was SPSS jetzt macht, ist, teilt den Datensatz in männlich und weiblich aus. Das könnt ihr mit okay bestätigen. Wir kommen wieder ins Ausgabefenster, sehen hier nochmal ganz kurz diesen Syntax-Code, das Split File Layered by Geschlecht, also dass eben jetzt dieser Teil aufgeteilt ist. Im Grunde hat sich aber eigentlich gar nichts getan. Der Datensatz ist immer noch komplett gleich. Es hat sich auch sonst nichts in den Datensatz irgendwie getan, außer, dass ihr hier rechts unten in diesem kleinen Teil seht, dass der Datensatz aufgeteilt ist nach dem Geschlecht. Und wenn ihr jetzt nochmal reingeht ins Analysieren, in die diskutive Statistik, in die Häufigkeiten und wieder zurücksetzt und jetzt den Umsatz pro Monat als die Variable nehmt, die ihr eben anschauen wollt, dann wird euch gleich die Ausgabe zwei Mittelwerte präsentieren. Ich schaue nochmal, ob wir die Mittelwerte angewählt haben. Haben wir nicht. Klicke ich nochmal an. Die Medien nehmen wir auch wieder mit. Kostet ist mehr. Und klicke auf Weiter. Und jetzt klicke ich auf OK. Wir kommen wieder ins Ausgabefenster. Ja, wir haben die Häufigkeitstabellen wieder mitgenommen. Interessieren uns jetzt nicht. Also ihr seht wieder, warum so Häufigkeitstabellen bei Intervallskalierten Variablen so ein bisschen nöt sind. Aber, was uns interessiert, ist ja unsere deskriptive Statistik. Hier haben, erinnert euch gerade nochmal an das Fenster, wie es aussah. Ich gehe nochmal hoch. Hier haben wir einen Mittelwert und einen Median bei 150 gültigen Werten. Jetzt haben wir die Datei aufgeteilt und jetzt haben wir den Mittelwert und den Median sowie für die Männer und die Frauen. Und wir sehen, der Umsatz pro Euro liegt bei den Männern im Mittel bei 91,5 Euro. Bei den Frauen 133,95. Also hier haben wir schon ein interessantes Ergebnis, nämlich, dass die Frauen doch deutlich mehr ausgeben als die Männer. Und wenn ihr jetzt eine Abschlussarbeit in dem Bereich schreibt, dann wäre das schon mal ein ganz interessanter, deskriptiver Wert, der sich weiter interpretieren lässt. Oder stellt euch vor, ihr seid tatsächlich im Marketing zuständig und berichtet an den Vorstand oder an die Geschäftsführung. Dann könnte die das durchaus auch interessieren. Weil daraus lassen sich ja jetzt auch möglicherweise konkrete Maßnahmen abnehmen. Also man könnte jetzt sagen, okay, wir müssen irgendwie mehr Werbung bei den Männern schalten, weil die mehr Geld bei uns ausgeben sollen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, aber wir haben ja eigentlich mehr Männer, vielleicht sollten wir uns auf die Frauen mehr fokussieren, weil die mehr Geld bei uns lassen. Also ihr seht, dass aus diesen diskretiven Statistiken schon konkrete Diskussionen und konkrete Maßnahmen hätten abgeleitet werden können. Sowohl in der Forschung, aber auch eben im praktischen Alter. Eine Sache, die ich in diesem Zuge noch erwähnen möchte, ist, dass wir nicht nur, wenn wir auf Analysieren klicken und Deskriptive Statistik und so weiter, dass wir diesen Weg nicht immer gehen müssen. Glaubt mir, wenn ihr irgendwann in der Bachelor- und Masterarbeit seid und die ganze Zeit rumklickt, dann werdet ihr irgendwann müde. Deswegen mein Tipp, hier ist dieser Knopf mit dem grünen Pfeil nach unten. Der bringt euch, wie da jetzt auch steht, in die zuletzt verwendete Dialogfelder aufrufen oder bringt euch in die zuletzt verwendeten Dialogfelder. Und das zuletzt verwendete Dialogfeld war auch Häufigkeit und bringt mich dann eben direkt dahin, wo ich gerade auch war. Und das Schöne ist, wir können auch hier nicht nur mit einer Variable arbeiten, sondern wir können jetzt auch sagen, okay, unterscheidet sich denn die Körpergröße, unterscheidet sich das Alter. Was ich damit sagen will, ist, wir können hier mehrere Variablen einsetzen. Klicke auf okay und habe jetzt eben hier für die Männer und für die Frauen jeweils den Mittelwert für den Umsatz, für die Körpergröße und für das Alter. Und wir sehen, aha, die Männer sind größer als die Frauen, das mag irgendwie schon plausibel erscheinen. Und im Alter, naja, die Männer, die sind jetzt nicht, oder die sind sogar jünger als die Frauen, aber sie unterscheiden sich nicht großartig. Also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das war schon analysieren, eben deskriptiv, univariat und bivariat. Und da habt ihr unendlich viele Möglichkeiten nach NS-Persis. Ich zeige euch gleich noch andere deskriptive Statistiken. Ich würde sagen, wir machen jetzt eben vier Minuten Pause, wir treffen uns wieder um fünf vor halb sechs und gehen in die letzte Runde. Ich hoffe, Sie sind dann gleich noch wach genug, um eben den letzten Teil mitzuerleben. Also, wir sehen uns gleich pünktlich um fünf vor. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne gleich nach der Pause stellen. Bis gleich. Okay. Ich fange hier gerade schon mal wieder an, kurz aufzuschreiben, was wir gerade gemacht haben. Deskriptive Statistik Beschreiben vieler mit wenig aber auslage kräftigen Kennzahlen die Variate einer Variablen die Variate Alter und hier zum Beispiel Mittelwert des Alters nach Geschlecht und die Variate Beschreibung einer Variablen Mittelwert des Geschlechts. Okay. Gibt es Fragen im Moment? Gerne Fragen? Ich hätte noch eine. Ich hätte noch eine. Ja. Und zwar ist es, glaube ich, noch mal der Schritt vor der Datenanalyse. Also, wenn ich mich grob an Quanti erinnere, ist der erste Step, ja immer erst mal die Datenqualität zu prüfen. Okay. Aber da gab es immer sehr viele sehr kompliziert ausgedrückte Dinge, die wir da getan haben. Deshalb würde es mir mega helfen, wenn du vielleicht einfach so ganz kurz und knackig sagen könntest, was man da jetzt am besten, also was standardmäßig so dazugehört zum Beispiel. Okay. Datenqualität. Das ist ein Riesenfeld. Das ist wirklich ein Riesenfeld. Also erst mal, ich gehe mal eben auf den Datensatz. Erst mal ist es grundsätzlich eine Arbeit, die immer sehr domainenspezifisch ist. Also das heißt, dass die Plausibilität der Daten sehr stark auch von der Domäne abhängt, in der sie eben gesammelt wurden. Dass es da keine allgemeingültige, klare Definition gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, deskriptive Statistik ist letztendlich eine Methode, um eben die Plausibilität von Daten zu prüfen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den BMI gehen und ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wie man in SPSS so eine deskriptive Statistik macht, dann klicke ich hier auf den Spaltenkopf und rechte Maustaste und gehe hier auf deskriptive Statistik. Und dann bekomme ich hier schon automatisch eben so eine Statistik und dann geht es eben darum, da schon bei der Datenqualität zu prüfen, hat hier vielleicht jemand Schmuh gemacht. Also wenn ich hier zum Beispiel das Minimum ist 60,6 und Maximum 26,5. Das ist plausibel. Also so würde ich zum Beispiel Plausibilität prüfen. Liegen die Daten alle in einem gewissen Bereich, der vernünftig ist? Das ist zum Beispiel eine Sache. Was man noch prüfen kann, sind eben Ausreißerwerte zu prüfen. Und da komme ich gleich nochmal drauf. Das kann man am besten nämlich grafisch machen. Was kann man noch machen? Man könnte, aber das ist auch schwierig mit SPSS, nachher mal prüfen, ob nur immer dieselben Daten eingegeben wurden. Also zum Beispiel in einem Datensatz, in einer Umfrage wurde dann so eine Fragebatterie und der gibt immer, keine Ahnung, immer neutral an, immer neutral. dann ist es natürlich schon schwierig, da irgendwie von plausiblen Daten auszugehen. Auf der anderen Seite kann man es ja auch nicht wissen. Vielleicht war der oder die Teilnehmer tatsächlich immer komplett neutraler Meinung. Was ich damit sagen will, Datenqualität zu prüfen, ist immer relativ schwierig. Das war jetzt aber mein erster grober Einblick von mir. Hast du da noch aus Quanti, hast du da noch tatsächlich irgendwelche konkreten Fragen oder hast du da noch eine konkrete Idee an der Methode, die du da geklärt wissen möchtest? Ja, also ich glaube, dass das wahrscheinlich jetzt zu sehr in die Tiefe gehen würde. Deshalb würde ich das jetzt einfach nochmal zurückstellen. Aber frag ruhig einmal, sonst gehe ich da nicht rein. Sonst musst du da mit zur Methodenberatung gehen. Ja, also das mit der Methodenberatung war auf jeden Fall schon ein super guter Tipp. Also ich studiere Wipsi und da haben wir halt ganz verrückte Sachen gemacht bei der Datenqualitätsprüfung. Darf ich ganz kurz fragen, wer war da? Die meisten kenne ich nämlich, die meisten Lehrenden. Wer war da? Habe ich da schon überlegt? Wer war da der Dozentin? Herr Neumann. Und ich habe echt nicht viel verstanden, leider. Okay, gut. Das war bisher alles schon super hilfreich. Also wenn wir das eventuell grafisch mit den Ausreißern vielleicht noch gleich mal machen können oder so, dann wäre das wahrscheinlich auch schon echt super. Ja, genau. Okay, das mache ich gleich noch grafisch mit den Ausreißern. Genau. Danke. Ich glaube, es geht da, genau, also gut, dass du es mal angeschaut hast, da gibt es ganz viele, also ganz viele Unternehmens. Ich habe jetzt gedacht, ob du vielleicht auf eine Methode hinauslaufen willst. Eine zum Beispiel ist QQ-Analysen. Wenn dir das was sagt oder euch was sagt, QQ findet ihr hier zum Beispiel, dort kann man prüfen, ob die Daten einer bestimmten Verteilung folgen und so weiter und so fort. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Da gibt es die Modelle oder die statistischen Methoden. Aber wenn ihr da wirklich Fragen zu habt, erstens Methodenberatung, zweitens Googeln. Auf YouTube finden sich häufig eben auch SPSS-Videos zu diesen Fragen und helfen euch dann wirklich weiter. Also wie gesagt, ich habe auch durch SPSS sehr viel gelernt. Genau. QQ-Analyse fiel mir jetzt noch ein. Zur grafischen Darstellung kommt man gleich. Noch Fragen? Okay. Sonst dazwischengrätschen. Keine Frage. Was wir gerade gemacht haben, war die Bivariate-Statistik. Erst in der Bivariaten-Statistik geht es wirklich los. Da kann man anfangen zu erklären. Also ich habe gerade das Beispiel gemacht. Wir haben Gruppen aufgeteilt und dann intervallskalierte Variablen geprüft. Zum Beispiel das Alter vor dem Hintergrund des Geschlechts und so weiter und so fort. Was man auch machen kann, anstatt jetzt gruppierte Variablen, also nominal skalierte Variablen mit intervallskalierten Variablen gegenüberstellen, ist einfach nominal oder kategorale Variablen ordinal, nominal mit anderen ordinalen Variablen gegenüberstellen. Und das ist auch etwas, worauf ihr auf jeden Fall stoßen werdet, wenn ihr mit Lime Survey, wenn ihr quantitativ arbeitet, dass ihr dann diese Frage stellt, wie verhält sich die eine nominale Variable zu anderen nominalen Variablen oder zu ordinalen Variablen. Das will ich euch gleich zeigen. Wenn wir jetzt einfach so wieder fröhlich drauf losanalysieren würden, dann hätten wir ein Problem. Nämlich, dass wir immer noch hier unten sehen, dass die Daten nach dem Geschlecht aufgeteilt sind. Und das wäre jetzt blöd, weil wir jetzt eben nicht mehr nach dem Geschlecht aufteilen wollen. Deswegen geht ihr bitte hier auf Daten und geht wieder auf Datei aufteilen und nimmt den Gruppenvergleich raus, sondern setzt den Haken bei alle Fälle analysieren und keine Gruppenbein. Also, da einmal den Haken wieder machen und okay, ich erkläre es nochmal. Ich bin auf Daten gegangen, Datei aufteilen und habe dann den Gruppenvergleich rausgenommen, alle Fälle analysieren. Okay. Was ihr auch seht, ist, dass dieses Ausgabefenster die ganze Zeit weiterläuft. Also, dieses Ausgabefenster, wir sind angefangen mit dem Recoden hier oben, dann haben wir uns ein paar Häufigkeiten ausgeben lassen, dann ein Diagramm mal zwischendurch. Also, das sortiert quasi oder listet chronologisch letztendlich eure Ergebnisse, die ihr angefordert habt. Speichern könnt ihr das Ganze mit dem Disketten-Symbol wie bei eben Word oder anderen Programmen auch. Ich speichere das jetzt nicht, aber wenn ihr mal eine Ausgabe speichert, insbesondere für die Bachelorarbeit auch da, oder Masterarbeit, auch da ist es ganz wichtig, dass ihr nachvollziehbar darstellt, was ihr berechnet habt. Und es gibt Pluspunkte, wenn man eben in den Anhang nochmal die wichtigsten Ergebnisse im SPSS-Ausdruck darstellt. Okay. Was ich jetzt gesagt habe, zurück zum Ursprung. Wir wollen jetzt wie es im Variant nominale oder ordinale Daten mit anderen nominalen oder ordinalen Daten vergleichen. Das machen wir mit Häufigkeitstabellen, aber jetzt halten die Häufigkeitstabellen nicht einfach nur Häufigkeitstabellen, sondern Bivariate-Häufigkeitstabellen. Und da auch wieder über Analysieren hineingehen, deskriptive Statistik und der uncoolere Name für Bivariate-Häufigkeitstabellen sind Kreuztabellen. Und jetzt können wir quasi in so einer Kreuztabelle darstellen, die sich zwei nominale oder ordinale Varianten zueinander verhalten. Wir könnten zum Beispiel fragen, ich habe da jetzt draufgeklickt, also Analysieren, deskriptive Statistik, Kreuztabelle. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mal zu fragen, ich drücke hier nochmal rechte Maustaste, Variablen, ach nee, rechte Maustaste, Variablen, Namen anzeigen. Jetzt können wir mal überlegen, was können wir da mal überlegen? Das Geschlecht und Werbung Instagram zum Beispiel. Werbung Instagram ist eine Variabel, die enthält, bist du über Instagram auf uns aufmerksam geworden? Null bedeutet ja, äh, null bedeutet nein, eins bedeutet ja. Und jetzt können wir mal gucken, ob es da irgendwie einen Unterschied zum Geschlecht gibt. Also, packe ich Geschlecht in die Zeilen, männlich, weiblich und Instagram in die Spalten. Nein, ja. Und ich weiß jetzt nicht, weil gerade schon Quanti angesprochen wurde und statistische Methoden und so weiter, ich will jetzt da gar nicht drauf hinausgehen, aber was man hier letztendlich macht, das nennt sich ein G-Quadrat-Test. Das ist ein statistischer Test. Für die Leute, die ihn kennen, ich gebe ihn, lasse ich mir jetzt mal ausgeben, für die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, ist das auch völlig okay. Aber so einen G-Quadrat-Test gebe ich mir über die Statistiken aus, da steht dann hier G-Quadrat. Und ich kann mir noch, ihr seht, wie viele Statistiken ich mir ausgeben lassen kann. McNamara wäre in diesem Fall auch durchaus eine relevante Zielgruppe. Aber wir bleiben mal beim G-Quadrat-Test, weil das, glaube ich, der Test ist oder die Kenngröße ist, die eben am häufigsten bekannt ist. Okay. Klicke auf Weiter. Und was wir jetzt bekommen, ist eben A. Was man dann auch hier machen kann, also wir bekommen jetzt diese Kreuztabelle. Zeige ich euch gleich. Was sich hier immer lohnt, ist eigentlich so ein gruppiertes Balten-Diagramm sich anzeigen zu lassen, weil das ist nochmal eine schöne, grafische, visuelle Darstellung. Ich klicke auf OK. Und bekomme hier erstmal verarbeitete Fälle, also wie viele, zu wie vielen Fällen, die paarweise verfügbar waren, kann ich dann eine Aussage treffen. Also hier wieder zu 150. Das heißt, wir haben keine fehlenden Werte. Also zu jedem Paar, Geschlecht und aufmerksam geworden, Instagram, gab es ein Datenpaar. Hier sehen wir jetzt die Kreuztabelle. Wir wissen, dass männliche Kunden 82 waren. Weibliche Kunden hatten wir 86. Das ist wieder Univariate. Auf Instagram aufgeworfen, nicht durch Instagram aufmerksam geworden sind. 66 wurden gegen 84% aufmerksam geworden. Das ist wieder die Univariate, deskriptive Statistik zur Variable Instagram. Was jetzt hier in der Kreuztabelle, in diesen vier Zellen steht, das ist jetzt das, was uns Bivariat interessiert. Wie viele Männer sind denn auf uns aufmerksam geworden über Instagram? 46. Wie viele Frauen? 38. Im Gegensatz dazu waren es 36 Männer, die Nein angegeben haben und 30 Frauen, die eben auch Nein angegeben haben. Grafisch lässt sich das dann eben hier in diesem Balkendiagramm visualisieren. Und solche Diagramme sind eigentlich immer schön, weil sie eigentlich schöner darstellen als die Tabelle, die diese Inhalte darstellen können. Und man kann jetzt fragen, und das ist jetzt wirklich nur in der Klammer für die Leute, die nachher einen Schiequadrattest haben oder das schon berechnen wollen und das schon im Kopf haben. Man kann jetzt nämlich testen, gibt es einen Unterschied zwischen dem Geschlecht und Instagram aufmerksam geworden bei Instagram. Also ist irgendein Geschlecht ansprechbarer auf die Werbung bei Instagram? Das wäre die Intuition dahinter. Das könnte man jetzt statistisch absichern. Das macht man eben über den Schiequadrattest. Das ist diese Spalte hier. Ich weiß, das geht jetzt sehr weit, aber ich möchte es trotzdem noch einmal ganz kurz zu Ende machen. Und hier haben wir so eine asymptotische zweiseitige Signifikanz, der sogenannte P-Wert. Da habt ihr sicherlich schon mal was von gehört. Und wenn dieser P-Wert unter ein gewisses Niveau fällt, also meistens ist es 0,05, dann sagt man, der Test war signifikant. In diesem Fall ist dieser Wert der zweiseitigen Signifikanz über dieser 0,05 und man sagt, dieser Test ist dann eben nicht signifikant. Und in diesem Fall können wir sagen, dass zwischen der Variable Geschlecht und der Variable Aufmerksam geworden bei Instagram kein Zusammenhang besteht. Das bedeutet, die Geschlechter sprechen beide gleich gut oder gleich schlecht auf unsere Werbung bei Instagram an. Wenn dieser Test hier oder wenn dieser Wert unter 0,05 gefallen wäre, dann könnten wir sagen, aha, die Variable Geschlecht und Instagram, die hängt zusammen. Irgendein Geschlecht springt besser auf Instagram an als das andere. Das wäre sozusagen noch die Weiterführung dieser deskriptiven Statistik. Man kommt da in den Bereich der sogenannten Inferenzstatistik, aber ich wollte das hier nicht unerwähnt lassen. Genau. Das ist jetzt ein Beispiel, um zwei Variablen ordinalen oder nominalen Datenniveaus zu vergleichen. Das Schöne ist eben, wir bekommen hier immer gleich die Balkendiagramme mitgelegt. Ganz kurz eine Frage, wie hast du das Balkendiagramm anzeigen lassen? Genau. Zeige ich euch. Was ich jetzt mache, das ist eben mein Lieblingsweg. Ich könnte jetzt wieder über analysieren, diskriptive Statistik, klar, da reingehen. Ich gehe jetzt aber einfach auf dieses Dropdown-Revue, letztverwendete Dialoge, Kreuztabellen. Dann habe ich hier links unten gruppierte Balkendiagramme anzeigen lassen. Okay, danke. 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 Genau. Und hier, ihr könnt euch da mal durchklicken, aber das, was ich euch jetzt zeige, das ist wirklich wesentlich. Und mit G-Quadrat, ihr seht, da geht es schon übers Wesentliche hinaus. Also nichtsdestotrotz, also es kann sein, dass der Prof oder die Professorin eben fordert, rechnen wir einen G-Quadrat-Test. Das kann durchaus sein. Also würde mich nicht wundern. Okay. Das zum Bivariaten-Testen von nominalen Variablen. Und jetzt etwas, was man eigentlich am allerhäufigsten sieht, das Abgleichen von zwei intervallskalierten Variablen. Und da gehen wir jetzt schon in den Bereich Grafik rein. Aber ich möchte erst, ja, wir gehen jetzt zum ersten Mal in den Bereich Grafik rein. oder ich gucke mal einmal ganz kurz bei Linien, wie Variat, ob der mir ein Diagramm ausgibt. Nee. Okay. Also, wenn wir zwei intervallskalierte Variablen vergleichen wollen, dann machen wir das eigentlich am ehesten mit einem Diagramm. Und das ist eigentlich das bekannteste Diagramm in der gesamten Statistik. Das ist das sogenannte Punktdiagramm oder das Wolkendiagramm oder im Englischen der sogenannte Scatterplot. Und jetzt kommen wir in einen ganz neuen Bereich rein, nämlich in die Grafiken. Und SPSS kann nämlich auch sehr gut Grafiken erstellen. Dazu gehe ich auf Grafik und Diagramm-Erstellung. Dort kommen wir wieder in unser Menü, das jetzt etwas anders aussieht, aber im Grunde ähnlich wie gerade. Links haben wir die Variablen, die wir zur Verfügung haben. und hier haben wir jetzt ein Fenster, in diesem Fenster bauen wir jetzt nach und nach unser Diagramm zusammen. Als erstes müssen wir auswählen, welches Diagramm. Weil wir kontinuierliche mit kontinuierlicher Variable vergleichen möchten, habe ich gesagt, wir nehmen ein Punktdiagramm oder hier steht auch Streudiagramm. Das können wir nehmen. Das packen wir einfach per Drag & Drop hier rein. Jetzt haben wir eine X-Achse und eine Y-Achse. Wir vergleichen jetzt, ob das die Körpergröße im Zentimeter, die packe ich auf die X-Achse, wieder per Drag & Drop und das Körpergewicht zueinander im Verhältnis stehen, ob diese Variablen abhängig sind. Abhängigkeit von Variablen bedeutet, wenn ich Informationen über die eine Variable habe, kann ich damit auch auf die andere Variable schließen. Also wenn zwei Variable miteinander abhängig sind, dann bedeutet das, wenn ich die Körpergröße kenne, kann ich eigentlich schon etwas über das Körpergewicht sagen. Wenn sie komplett unabhängig sind, dann hilft mir die Information über die Körpergröße nicht, etwas über das Körpergewicht zu sagen. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen vertan in den beiden Variablen. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich hier meine. Also wir haben das Streudiagramm ausgewählt, haben es hier reingezogen und die Achsen eben beschriftet. Und klicken jetzt mit OK weiter. kommen wieder ins Ausgabefenster und wir sehen jetzt hier auf der x-Achse die Körpergröße und auf der y-Achse das Körpergewicht. Und wir sehen hier, dass diese Variablen schon, wie erwartet, miteinander abhängig sind. Das heißt, große Menschen sind auch eher schwere Menschen. Also die Leute, die über 1,90 sind, sind für gewöhnlich auch über 80 Kilogramm. Die Leute, die unter 1,70 sind, sind für gewöhnlich auch eher unter 70 Kilogramm. Und man kann hier dann so eine, man nennt es Regressionsgrade durchzeichnen, die dann eben nochmal anzeigt, wie die Abhängigkeit beider Variablen ist. In diesem Fall ist die Abhängigkeit positiv. Kleine Menschen sind doch eher leicht und große Menschen sind doch eher schwer. Das ist eigentlich intuitiv verständlich. Das ist jetzt eine klassische bivariate Statistik zweier Intervall skalierter Variablen. In diesem Fall ist ebenfalls ein Diagramm wunderbar, wie gerade auch im Fall des Balten Diagramms. Was wir jetzt hier noch machen können, ist das Ganze zu quantifizieren. Und die Abhängigkeit zweier Intervall skalierter Variablen, die quantifiziert man mit dem sogenannten Korrelationskoeffizienten. Ich denke, davon habt ihr schon gehört. Und diesen Korrelationskoeffizienten, der gehört eben auch zur bivariaten deskriptiven Statistik. Und wie man den ausrechnet, zeige ich euch jetzt. Wir gehen wieder über Analysieren. Deskriptive Statistik nicht. Sondern es gibt hier einen eigenen Menüpunkt Korrelation. Und hier ganz klassisch Bivariat. Bivariat, zwei Variablen werden miteinander verglichen. Es gibt verschiedene Korrelationskoeffizienten, also viele statistische Wege, das Verhältnis zweier Intervall skalierter Variablen auszudrücken. Ein recht häufig verwendeter und sehr beliebter Koeffizient ist der sogenannte Pearson Korrelationskoeffizient, der hier eben standardmäßig ausgegeben wird. Hier wird noch der Candletau B oder Spearman's Correlation angegeben, die lassen wir jetzt mal weg. Wir haben gerade auch die Signifikanz angesprochen, wir können auch so ein Korrelationskoeffizient auf Signifikanz testen, kommen wir gleich drauf. Aber erstmal wählen wir die Variablen aus. Und zwar sind das wieder, ups, Variablen haben wir anzeigen lassen, die Körpergröße und das Gewicht. Und wenn wir das Ganze jetzt mit OK verabschieden, dann bekommen wir gleich eine Zahl, die Abhängigkeit beider Variablen quantifiziert, also mit einer Zahl ausdrückt. Wie gesagt, die ist kreative Statistik, viele Zahlen mit wenigen Kennzahlen, in diesem Fall der Korrelationskoeffizient. Der Korrelationskoeffizient, den wir jetzt ausrechnen, der liegt einschließlich zwischen minus 1 und plus 1 und wenn dieser Korrelationskoeffizient 0 ist, dann sind beide Variablen unabhängig. Wenn er minus 1 ist, dann ist die Korrelation gegenläufig und wenn er nahe bei plus 1 ist, ist sie positiv. Also gleichsinnig. Körpergewicht und Körpergröße, wie wir gerade gesehen haben, hier im Diagramm, sind eigentlich gleichsinnig miteinander abhängig, das heißt, ich wiederhole mich, große Menschen sind eher schwer und kleine Menschen sind eher leicht. Deswegen erwarte ich gleich einen Pearson-Korrelationskoeffizienten, der, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber zumindest positiv ist, ich würde mal sagen, der liegt so im Bereich 0,4 bis 0,7. Warten wir mal ab. Hier haben wir dann den Korrelationskoeffizienten, nämlich nach Pearson. Das gibt uns hier, wir vergleichen die Körpergröße mit dem Körpergewicht und der liegt sogar bei 0,824, was auf eine deutliche Abhängigkeit beider Variablen hindeutet. Hier nochmal der Hinweis, wenn wir von Abhängigkeit reden, dann meinen wir damit nicht Kausalität. Kausalität bedeutet, dass das eine das andere verursacht. Das muss nicht so sein. Korrelation ist immer von der Kausalität abgekoppelt. Wir können nur sagen, dass sie abhängig sind, aber nicht, dass sie sich irgendeiner Weise kausal bedingen. Dieser Korrelationskoeffizient ist nahe plus 1, das heißt, wir haben hier quantifiziert, dass die Körpergröße mit dem Körpergewicht korreliert, also abhängig ist. Denkt nochmal ganz kurz nach, was dieser 1 hier bedeutet. Das ist die Korrelation, auch der Korrelationskoeffizient. hat da jemand eine Idee? Ich hätte eine Idee. Dann bitte. Also es ist ja eigentlich, wenn man einmal in die Zeile guckt und einmal in die Spalte guckt, dann steht der Körpergröße in Zentimeter und Körpergröße in Zentimeter. Das heißt, eigentlich müssten die gleichen Werte miteinander in Beziehung gesetzt werden und dieser 1 müsste dann bedeuten, dass die exakt miteinander gleich sind. Genau, völlig richtig. Also wir haben hier zwei identische Variablen miteinander korreliert und die korrelieren natürlich perfekt, weil es dieselben Variablen sind und deswegen erreichen wir hier eben die höchste Korrelation von 1. Also immer wenn man Variablen mit sich selber korreliert, gelangt man zu einem Koeffizienten von 1. Und hier nochmal die Signifikanz. Ja, ich weiß nicht inwieweit ich hier noch einsteigen soll. Hier ist der Wert eben wieder deutlich unter 0,05 also nicht wieder, sondern jetzt ist er unter 0,05. Das bedeutet, ja, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das bedeutet, dass dieser Wert signifikant von 0 unterschiedlich ist und dass wir eben eine signifikante Korrelation haben. Wenn ihr so etwas habt, dann sprecht auch kurz mit eurem Prof, Professorin ab, ob eben so etwas angegeben werden soll wie die Signifikanz. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, der ganz wichtige Hinweis für euch, dass SPSS, und das machen sie mittlerweile gut, zu meiner Zeit, als ich meine Masterwork geschrieben habe, eher weniger gut, dass man mittlerweile sehr gut die Grafiken kopieren kann und zwar dann eben in das Word-Dokument, in dem ihr eure Bachelor oder Master schreibt, ich zeige mal ganz kurz wie es geht, rechte Maustaste, kopieren als, exportieren, ne, also ich wundere mich gerade, warum ich das nicht, ah, kopieren, ich kann es hier kopieren, ich öffne jetzt einfach mal Word, öffne einfach mal ein leeres Dokument und kann es quasi hier reinkopieren, das funktioniert ganz gut, ihr habt noch mehrere Möglichkeiten dieses Diagramm anzupassen, dazu macht ihr einen Doppelklick auf, ich mache es nochmal, ich klicke jetzt doppelt auf dieses Bild, zum aktivieren Doppelklick, und dann öffnet sich ein neues Fenster und hier habe ich jetzt Möglichkeiten zum Beispiel die Farbe von den Punkten zu ändern, ja, oder die Achse anzupassen, dass hier nicht in 10er-Schritten vorwärts geschritten wird, sondern zum Beispiel in 5er-Schritten, ich kann hier ja, Moment, die Diagrammgröße anpassen, also ich könnte hier sagen, das soll quadratisch sein, keine Ahnung, 10 mal 10, 10 mal 10, quadratisch ist es jetzt nicht so, aber ihr seht, also ich will ja jetzt nicht ganz drauf, oder ich will mich jetzt nicht hier in diese Kleinigkeiten versteifen, aber ihr seht, dass ihr in diesem Diagrammvitor so ein bisschen rumtüfteln könnt, um das Diagramm eben anzusetzen. Manchmal, und das gilt auch eben für diese Tabellen, wie diese Korrelationstabelle, die könnt ihr auch kopieren und nach Word kopieren, also in euer Dokument. Ich probiere es gerade mal. So. Achso, ich dachte, das wäre jetzt besser. Naja, gut. Aber was ich euch sowieso empfohlen hätte, wäre nämlich, das Ganze in Excel zu kopieren, also die Ausgabe von SPSS. Einen Moment mal, das sah sonst anders aus. Kurz im Augenblick. Inhalte kopieren. Jetzt habe ich gerade SPSS so gelobt, dass es so wunderbar funktioniert. Nee, jetzt funktioniert es nicht. Kopieren. Also irgendwie funktioniert das heute auch nicht. Naja, vielleicht funktioniert es bei euch, bei mir funktioniert es gerade nicht. Normalerweise wird dann die komplette Tabelle wunderbar kopiert. dann kann man sie nämlich eben noch in Excel eigentlich so ein bisschen aufhübschen. Das wollte ich eigentlich sagen. Also bevor ihr diese Diagramme in die Bachelorarbeit packt, könnt ihr eigentlich am besten dieses Diagramm nach Excel kopieren und dort ein bisschen aufhübschen. Naja, gut. Ich meine, es ist ja die Tabelle, aber dann könntet ihr hier quasi noch ja mit zum Beispiel so uninteressante Dinge, wenn die Signifikanz nicht mit in die Bachelorarbeit soll, könntet ihr eben quasi das Ganze löschen. Die Zeile zum Beispiel. Gut. Wundert mich jetzt gerade, dass es nicht so funktioniert. Ja, also was ich sagen wollte, kopiert eigentlich nicht immer direkt diese Tabellen aus Excel raus, sondern aus erst im Excel, editiert sie dort und dann fügt ihr sie ein in das Dokument, weil die rohen Excel-Tabellen, die rohen SPSS-Tabellen, die sind dann manchmal ein bisschen zu klobig und in der Masterarbeit, Bachelorarbeit soll man auch sehen, dass ihr verstanden habt, auf welche Kennwerte ihr euch jetzt gerade eben konzentriert. Und ja, wenn man einfach so eine SPSS-Tabelle in die Bachelorarbeit reinguckert, in die Masterarbeit reinguckert, macht das grundsätzlich eher nicht so einen guten Eindruck. Ja, genau, so viel dazu. Das war jetzt Bivariat und Bivariat und Intervallskanit. Weiter geht's und das ist jetzt der letzte Punkt für heute nochmal, wir sind da gerade schon reingekommen, in die Diagramm-Erstellung. Diagramme sind eigentlich auch ganz, ganz wesentlich für eure Bachelorarbeit, denn sie stellen eigentlich nochmal deutlicher dar, was Tabellen und einzelne statistische Kennwerte nicht so gut darstellen können. Und ich will euch da jetzt gerade mal ein paar Diagramme vorstellen, die immer gerne gesehen werden im Bachelorarbeit. Aber auch da immer mit dem Prüfer, mit der Prüferin abklären. Ich fange jetzt mal an, ich setze euch mal hier alles wieder zurück. Ich fange mal an mit dem sogenannten Boxplot, weil der Boxplot ist auch ein sehr deskriptiver, also ein sehr beschreibender Plot, der eben auch zur Plausibilitätsprüfung eingesetzt wird. Warum? Weil man mit dem Boxplot relativ schnell Ausreißerwerte erkennt. Und Ausreißerwerte werden in der Statistik immer heiß diskutiert, also soll man sie drin lassen, soll man sie entfernen. Ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Also wir sind wieder in der Diagrammerstellung. Ich gehe da nochmal raus und zeige, wie ich reingekommen bin. Grafik, Diagrammerstellung und kann jetzt hier den Boxplot auswählen und ziehe den in mein Fenster, in mein Fenster, in dem ich jetzt mir mein, ja, mein Plot, meine Grafik zusammenbasteln kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach mal bei der Körpergröße auf die Y-Achse ziehen und dann bekomme ich einen Boxplot von der Körpergröße. Ich erkläre gleich ganz kurz, was ein Boxplot ist, aber normalerweise solltet ihr das auch bei Quanti gehabt haben. Und zwar zeigt der Boxplot jetzt, dass wir der Boxplot. Der Boxplot ist eigentlich eine Box, also dieser blaue Kasten und dieser blaue Kasten wird getrennt von diesem horizontalen schwarzen Strich. Das sind eigentlich diese Box und der Strich repräsentieren drei wichtige Kennzahlen. Der schwarze Strich repräsentiert den Median, also mindestens 50% sind kleiner als 1,78 und mindestens 55% sind größer als diese 1,78. In der Box sind 75% aller Daten. Das heißt, 75% der Kunden sind 1,72 bis 1,83. Jetzt mal grob geschätzt. Das Interessante hier, ich kann schon mal sehen, liegen diese Daten eigentlich im plausiblen Bereich? Und da würde ich sagen, ja, eigentlich sind unsere Personen hier gerade so ein bisschen zu groß, weil eigentlich fehlen mir hier noch die 1,70er, aber gut, so kann man eben Plausibilität überprüfen. Was aber ganz interessant ist, eben zur Ausreißeranalyse, wir sehen hier einen Stern und das heißt, dieser Stern, das sind sogenannte Ausreißer und die liegen jenseits dieser Strahlen. Diese Strahlen, ich will jetzt nicht ganz genau sagen, oder ich kann es ganz genau sagen, was ist, das ist der 1,5-fache Interquartilsabstand, der Interquartilsabstand ist diese Länge und diese Länge ist das 1,5-fache von dieser Länge. Naja, alles, was eben außerhalb dieser sogenannten Strahlen oder Whisker, wie man im Englischen aussagt, liegt, das sind Ausreißer. Das heißt also, wir haben eine Person, die ist ein Ausreißer, die ist irgendwie 1,50 oder kleiner als 1,50. Und ich zeige euch nochmal, wie man jetzt eben schnell gucken kann, wo denn dieser Wert ist, der kleiner als 1,50 ist. Und dafür gehen wir nochmal auf Transformieren, Entschuldigung, auf Daten, Fälle auswählen und jetzt sage ich, zeige mir die Person an, mit einer Körpergröße, hier, Körpergröße in Zentimeter, achso, falls Bedingung Zug trifft, mit einer Körpergröße, kleiner 1,60 mache ich jetzt mal. Jetzt filtert mir SPSS alle Datensätze, bei denen die Körpergröße kleiner ist als 1,60. Und ich drücke hier auf Weiter. Drücke auf OK. Was ich jetzt sehe, ist, dass hier diejenigen Daten rausgestrichen werden, die alle größer als 1,60 sind. Und ein Datenwert muss eben hier dabei sein, wo die Person unter 1,60 ist. Und das ist jetzt dieser Wert. Die Person mit der Nummer, mit der Kundenalgie 115 ist 1,58 groß. Das ist jetzt bezogen auf diesen Datensatz ein Ausreißer. Und eine Plausibilitätsanalyse würde jetzt hingehen und sagen, ist es tatsächlich ein Ausreißer? Ist dieser Wert komplett unplausibel? So, und das kann man jetzt inhaltlich diskutieren. Ich würde sagen, nein, das ist jetzt kein Ausreißer, den lassen wir genauso drin. Aber so könnte man eben vorgehen, um unglaubwürdige Werte zu ermitteln. Die Daten auf Plausibilität zu testen. Eine von vielen Methoden. Ganz kurze Frage. Ja. Diese Sternchen bedeutet aber nicht, dass es nur einen Ausreißer gibt, oder doch? Ah, okay. Diese Sternchen bedeutet, also jedes Sternchen bedeutet einen Ausreißer. Also da könnten jetzt auch fünf Sternchen sein. Ja, weil die 143 auch kleiner ist. Also die 143 ist auch nicht durchgestrichen, aber da kannst du ja dann schon zwei. Zeig mal, die 100? 43. Jetzt gucken wir mal eben, ah ja, okay, jetzt gucken wir mal ganz genau nach, ob da zwei Sternchen sind, die sich überlappen. Das könnte nämlich der Fall sein. Also das nehme ich an. ich kann ja jetzt nicht näher reinzoomen, da müsste ich jetzt zu lange an diesem Plot, also ich nehme an, dass sie sich etwas überlappen. Okay? Okay. Normalerweise müsste es eben, ich gucke mal nach, ich mache die Linie jetzt ein bisschen größer. Ja, das wundert mich auch gerade, weil der Wert müsste irgendwo hier liegen. Ich probiere nochmal eben einmal was anderes. Grafik, Diagramm Erstellung, also ich gehe da nochmal rein. nehme nochmal einen anderen Boxplot, der es vielleicht ein bisschen deutlicher macht, also so ein Single Boxplot. Körpergröße. Schauen wir mal, was der mir jetzt sagt. Der gibt mir gar keiner an. Ach, einen Moment mal. Ah ja, ich habe den Filter noch drin, das macht jetzt gerade das Problem. Ich nehme den Filter raus, Datei, Daten, Fälle auswählen, sage ich wieder alle Fälle. Filter auf, gehe nochmal in die Grafik rein, Grafik Erstellung, fordere mir den gleichen Plot nochmal an, mit allen Daten, zeigt ja gar keiner an. Ungewöhnlich, auch das ist wieder ungewöhnlich. Vielleicht hätten wir doch die 27er Version hin sollen. Also bleibt eigentlich, ist das dann bei euch auch so, oder bei dir jetzt, weil du gerade nachgefragt hast, wie viele Sterne hast du denn gesehen? da? Ja, bei mir ist auch eine. Okay, das ist wirklich ungewöhnlich. Es müssten eigentlich zwei sein. Also bei mir, ich glaube, ich hatte von vornherein aus Versehen den Singlebox Plot ausgewählt und bei mir wird auch gar kein Sternchen angezeigt. Okay. Da kann ich jetzt ad hoc keine Lösung für angegeben. Also ich müsste jetzt ein bisschen rumprobieren, aber mich stört das jetzt gerade wirklich, dass es nicht so ist, wie ich das jetzt vermutet habe, wie es sonst auch immer war. Ja, ich muss euch da jetzt einmal vertrösten. Ich gucke da nochmal nach und reiche das nochmal nach mit einer E-Mail. Okay? Also ich werde wohl rausfinden, was da jetzt das Problem ist, aber damit wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. ja, aber gut, gut, dass es euch aufgefallen ist. Genau. Und was nochmal grundsätzlich schön war, war, dass wir jetzt gesehen haben, dass man auch Daten eben filtern kann und über diesen Filter eben schauen kann, sind die Daten plausibel. Genau. Eine weitere Grafik, die ich euch nochmal darstellen möchte, sind Balkendiagramme. Balkendiagramme eignen sich auch immer wunderbar, um eben ich setze das noch eins zurück. Balkendiagramme sind eigentlich immer ganz wunderbar, um auch nochmal das, was wir gerade tabellarisch festgestellt haben, nämlich zum Beispiel ist die Körpergröße bei Männern und Frauen unterschiedlich oder geben Männer und Frauen mehr oder weniger Geld aus. Immer ganz schön. Ich nehme jetzt mal den Balken, das Balkendiagramm, ziehe das hier rein, und jetzt kann ich hier in die X-Achse das Geschlecht zum Beispiel legen und ganz normal, wenn ich jetzt alles so lassen würde, würde hier auf die Y-Achse die Anzahl geschrieben werden. Also es waren ja irgendwie 80 Männer, 60 Frauen ungefähr, das würde dann auf die Y-Achse geschrieben werden. Aber ich kann auch eben einen Schritt weiter gehen und sagen, nee, auf die Y-Achse möchte ich jetzt einen Umsatz pro Monat, also das, was wir gerade schon mal gesehen haben. Und da wird mir jetzt automatisch der Mittelwert Umsatz pro Monat angezeigt. Ich klicke hier nochmal auf OK. Und jetzt haben wir hier das, was wir gerade schon tabellarisch einmal gehabt haben, nämlich, dass Männer knapp unter 100 Euro ausgeben und die Frauen und die Frauen die haben eben 133 Euro damals auch oder geben da 133 Euro aus. Das ist eigentlich immer ganz nett, wenn man so etwas, was man tabellarisch schon dargestellt hat, zumindest die wichtigen Dinge eben nochmal ja grafisch darstellt. Das Ganze kann man auch noch ein bisschen erweitern, indem man hier nämlich jetzt nochmal von der Bivariate, also Bivariate waren wir ja gerade, weil wir das Geschlecht mit dem Umsatz verglichen haben, aber wir könnten ja jetzt, weil die Forschungsfrage ist, was ist denn mit Frauen, die gleichzeitig auch uns auf Instagram kennengelernt haben? Was ist denn mit denen? Und so habe ich jetzt wieder hier das Geschlecht auf der x-Achse, packt das den Umsatz pro Monat in die y-Achse und als Cluster-Variable, Cluster heißt nochmal gruppieren innerhalb einer Gruppe, ziehe ich jetzt die Instagram-Variable rein. Und jetzt bekomme ich für die Männer zwei Balken und für die Frauen zwei Balken, nämlich jeweils aufgeteilt, haben sie uns bei Instagram kennengelernt oder nicht? Klicke nochmal auf OK. Und hier sieht man letztendlich auch das, was wir gerade schon gesehen haben. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob sie uns bei Instagram kennengelernt haben oder nicht. Auch eine interessante Antwort zum Beispiel für das Marketing, also dass Instagram jetzt nicht dazu beigetragen hat, den Umsatz zu steigern. Weil Frauen, die uns kennengelernt haben auf Instagram, hier ja in grün, geben eigentlich nur ein bisschen mehr aus, als die Frauen, die uns nicht auf Instagram kennengelernt haben. Bei den Männern ist es ähnlich. Und da fängt der Spaß erst an, wenn ihr dann anfangt, Variablen miteinander zu verknüpfen. Weil häufig sind eben so die Fragen auch in einer Bachelorarbeit gestellt. Also was ist denn mit den Frauen, die uns auf Instagram kennengelernt haben? Ist das vielleicht eben ein interessantes Ergebnis? Und da müsst ihr euch gut überlegen, wie ihr die Variablen miteinander verknüpft und wie ihr eben auch so etwas darstellt. Eine andere Sache, und wir sind, weil wir hier drei Variablen haben, sind wir nicht mehr bei der Univariaten, auch nicht bei der Bivariaten, sondern das Ganze nennt man dann jetzt Multivariaten. Und wie gesagt, da fängt der Spaß dann an. Eine Sache will ich noch ganz kurz zeigen, weil das auch immer ein gern gesehener Plot ist. Das heißt gern gesehen, also die Daten müssen natürlich passen. Aber wenn wir uns jetzt nochmal den Umsatz pro Monat, was ich jetzt machen will, ist einmal nochmal zwei intervallskalierte Variablen mit einer nominal skalierten Variablen kombinieren. Ich setze das Ganze nochmal zurück. Intervallskalierte Variablen vergleichen wir auf einem Streudiagramm. Jetzt haben wir das gerade einmal gesehen, aber jetzt will ich nicht nur beide intervallskalierte Variablen nehmen, sondern ich möchte hier ein gruppiertes Streudiagramm erstellen. Gruppiert heißt, ich kann noch eine dritte Gruppenvariable reinschmeißen. Heißt, ich nehme nochmal das Körpergewicht. Ich nehme nochmal die Körpergröße. Und die Farbe der Punkte soll jetzt in Abhängigkeit des Geschlechts erfolgen. Also ich verpacke jetzt wieder drei Variablen in einer Grafik. Relativ kompakte deskriptive Statistik. Viel Informationen auf wenig Raum. Und hier sehe ich auch ganz typisch, dass die Männer eher größer und schwerer sind, weil die sich hier im rechten oberen Quadranten dieses Koordinatensystems befinden. Das sind die blauen Punkte. und die weiblichen Kundinnen, die befinden sich eher im linksunteren Quadranten. Auch das kann eine Plausibilitätsanalyse sein. Zwar keine harte, so wie zum Beispiel der Kuckuckplot oder der Boxplot, aber eben schon eine richtungsweisende. Und nicht nur Plausibilität, sondern eben auch es wird dargestellt, wie die Daten aussehen. Relativ kompakt. Das war jetzt eine ganze Menge Informationen. Bevor wir jetzt aufhören, wir hören gleich auf, aber ich will noch mal ganz kurz wiederholen, was wir gemacht haben, damit ihr euch da mit dem Gesamtpaket das Ganze verlasst. Bevor ich das wiederhole, möchte ich euch noch mal die Möglichkeit geben, jetzt eine Frage zu stellen. Habt ihr noch Fragen? Ich habe eine Frage noch mal zu diesem Export von den Diagrammen. Du hattest das ja gerade für die Tabellen versucht. Bei den Diagrammen würde man das aber normalerweise auch mit Copy-Paste dann machen und dann sollte das eigentlich problemlos funktionieren oder weil es da auch noch so eine Exportieren-Funktion gab. Ja, genau. Wenn du es exportierst, bist du da gerade? Ne, tatsächlich, greift gerade nicht auf SPS zu, aber... Okay. Also, du kannst es dann exportieren, zum Beispiel als PDF oder direkt als JPG-Datei. Das hilft dir aber nicht weiter, weil du eigentlich mit dieser Tabelle in Excel noch weiterarbeiten willst. In Excel willst du das noch etwas anpassen. Und deswegen geht es meiner Erfahrung nach am besten rechte Maustaste kopieren und dann bei Excel einfügen. Hat immer so funktioniert. Warum es heute nicht funktioniert, ich kann es euch nicht sagen. Aber normalerweise ist das der beste Weg. Und möglicherweise sind einige von euch auch in Excel sehr bewandert oder haben zumindest da ein besseres Gefühl als SPSS. Wenn dem so ist, dann spricht auch nichts dagegen, so eine zusammenfassende Tabelle zu nehmen, nach Excel zu kopieren und anhand dieser zusammenfassenden Tabelle möglicherweise auch ein Diagramm in Excel zu erstellen. Also da seid ihr völlig frei. Das habe ich früher auch oft gemacht, aber mittlerweile ist SPSS in der Diagrammdarstellung sehr, sehr gut. Das wollte ich gerade auch nochmal darstellen, wie variabel eben die Zusammenstellung der Diagramme ist, dass man viele verschiedene Variablen und Informationen miteinander verknüpfen kann. Und wie gesagt, die Variablen, die ihr euch, die ihr verknüpfen möchtet, also zum Beispiel Intervall, Intervall plus das Geschlecht, also eine Gruppenvariable, die geben euch letztendlich vor, wie euer Diagramm auszusehen hat. Da muss man aber ein bisschen rumtüften, irgendwann hat man es dann raus. Und im Zweifel fragt ihr eben den Prüfer oder die Prüfer nicht. Sonst Fragen? Ja, ich weiß, das war tatsächlich eine anstrengende Session, vor allen Dingen, ja, weil sonst mehr Kommunikation da ist, das ist aber jetzt die gegebene Situation. Ich würde mich wirklich ehrlich gesagt freuen, wenn ihr euch, also ihr solltet diesen Dokument, diesen Evaluationsdoben vom WeConnect ausfüllen. Das fände ich ganz gut, wenn ihr das eben macht. Der Link steht in der E-Mail. Aber vielleicht, wenn ihr mir nochmal, wenn ihr Lust und Muße habt, ich weiß, es ist Freitagnachmittag, aber wenn ihr Lust und Muße habt, schreibt mir gerne nochmal zwei, drei Dinge, die ihr gut oder die ihr schlecht fandet. Weil ich habe gar kein Feedback jetzt bekommen und für mich ist es wirklich wichtig, mich da selber einzupolen. Ich hatte letztes Semester gar keine Lehre und jetzt geht auch bei mir die Lehre wieder los. Also wenn ihr so freundlich seid, den WeConnect Evaluationsbogen schnell auszufüllen und wenn ihr dann noch Muße habt, dann schreibt mir gerne noch eben ein, zwei Sätze. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Okay, bevor wir jetzt aufhören, will ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also, wenn ihr eingeschlafen seid, jetzt sollen wir eben ganz kurz wach werden, die Quintesse. Also SPSS ist das Programm für die Sozialwissenschaften. Es gibt andere Programme wie Excel, aber SPSS hat einfach diesen großen Vorteil, dass es eben zusätzlich Metadaten speichert. Diese Metadaten, wie man Variablen eben definiert hat, das fällt bei Excel weg. Und das ist ein großer Teil in den Sozialwissenschaften, insbesondere, wenn ihr mit Lime-Server und Umfragedaten arbeitet. SPSS ist aufgebaut in drei Fenster. Das ist erstmal ungewöhnlich. Das Datenfenster, das Ausgabefenster, das Syntaxfenster. Im Ausgabefenster, da findet ihr die Ergebnisse. Im Syntaxfenster, da arbeitet ihr mit dieser Computersprache. Das werdet ihr wahrscheinlich nur dann machen, wenn ihr eben Daten von Lime-Server importiert. Und das dritte ist eben das Datenfenster. Und das Datenfenster, das ist eben so zentral. Da gibt es die Variablenansicht mit den Metadaten und es gibt die Datenansicht. Da, wo ihr eure Daten, die, die ihr analysieren wollt, wiederfindet. Und dann kann man in SPSS Daten transformieren. Also man kann sie neu berechnen. Man kann eine bestehende Variable in eine andere umwandeln, zum Beispiel klassifizieren, was wir da als Beispiel genommen haben. Wir können den ganzen Datensatz aufteilen hinsichtlich einer Variable, zum Beispiel dem Geschlecht und so weiter und können uns dann relativ schnell deskriptive Statistiken auswerten lassen. Das lässt sich für die Nominal, für die Intervall und für die Ordinaldaten machen. Also für jeden Stahlentyp gibt es da entsprechende Kennwerte. Und wir haben gesehen, dass SPSS Grafik mittlerweile sehr gut hinbekommt und dass man da wirklich kompakte Darstellungsweisen findet, die auch immer beim Prüfer, bei der Prüferin in der Masterarbeit gut ankommen, aber euch auch eigentlich gut einbekommen. Was wir heute nicht gemacht haben, das waren so inferenzstatistische Tests. Das haben wir ganz kurz mal andiskutiert mit diesen Bekanztests. Aber so richtig reingegangen in die Tests, wie zum Beispiel den T-Test, sind wir noch gar nicht. Zudem gibt es noch ganz viele andere Sachen, wie das Auswerten von Mehrfachantworten, Regressionsanalysen, und so weiter und so fort. Also da gibt es noch ein Riesenfeld, was wir heute nicht beackert haben. Ihr werdet wahrscheinlich in der Abschlussarbeit in die Situation kommen, dass ihr mit Methoden konfrontiert werdet, die ihr nicht kennt. In dem Fall empfehle ich euch die Methodenberatung und natürlich immer die Kommunikation mit dem Prüfer, mit der Prüferin. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal einen Einglick geben, SPSS. meine Empfehlung ist, arbeitet damit, probiert da was aus. Das Video werde ich zur Verfügung stellen. Genau, wenn noch Fragen sind, ihr könnt euch auch an mich wenden, aber am liebsten eben an die Methodenberatung, weil da die offizielle Stelle ist. Genau, und an dieser Stelle würde ich dann die Sitzung schließen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, prima. Ganz kurz habe ich noch eine Frage zur Evaluierung. Ich finde das irgendwie nicht in der E-Mail. Nicht in der E-Mail, dann schicke ich gleich eine E-Mail rum, okay? Okay, super, danke. Prima, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss.